wir testen es ein weiteres mal kannst du echt käme zählen chat ist offen ich hoffe es funktioniert alles meine güte okay dann müsste es jetzt wieder gehen ja einen wunderschönen guten tag servus es tut mir leid es ist wirklich es ist wirklich unfassbar jetzt gerade ist das internet einmal komplett durch geht also es ist so sauer die letzten male immer probleme mit pc gehabt ich hoffe mal dass das heute nicht auftritt dafür ist gerade das internet am faxen machen ich kann das alles nicht mehr so müsste auch einen wunderschönen guten tag jetzt macht mein internet faxen aus der pro ich drücke dir die daumen an und aufs neue her wie geht es dir heute ganz gut ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen müde bisschen ruhiger i guess aber all in all ganz gut ich bin krank aber deine videos muntern aber seine videos und dann mich auf ich hoffe ich hoffe die geht schnell wieder gibt es schnell wieder besser mich kann nichts unterkriegen heute okay okay dann siehst du gleich mein gameplay wir gehen schnell mal kurz in diesen edit parkour rein aber kurz bisschen warm machen hatte alles was ich mir vorgenommen habe schon vor zwölf geschafft krass geil big congrats man sehr stark big shoutout weil wir wachen und nicht lachen genau okay wir gehen einmal flott hier in diesen edit parkour wir zocken heute zusammen mit cyrus aber erst um 14 uhr wir zocken wieder arena wird sehr geil freue ich mich drauf gedrückt halten ein bisschen warm machen fortnight ich habe die letzte tage ein bisschen valorant gedaddelt auf stream es hat mega spaß gemacht gucken wir euch vielleicht tage mal wieder was an valorant aufnehme zack zack schnell wieder durch ich muss hier gerade hinsetzen allein gedaddelt? ja ich habe allein gedaddelt die tür hat geklingelt jungs macht eine auf bei uns klingelt es nie an der tür so warum auch wir leben so portugals wenn dann irgendwie ein paket ankommt aber eigentlich haben wir nichts oh warte mal wir haben ein oh wir haben was bestellt oh da würde ich das wäre cool ich würde mich nicht trauen alleine valorant zu tragen oder was? keine ahnung was es war ähm gerne mal bei euch sein wunderschönen guten tag servus ich finde solo queue macht spaß also ich queue gerne solo ich bin auch valorant alter stell ich servus wunderschönen guten tag ähm ja also wir können auch gerne vielleicht hat s- ich gehe sehr stark davon aus dass siren nach äh fortnite noch Bock auf valorant hat vielleicht machen wir einfach beides nochmal ne runde valorant hinten ranhängen hätte ich sehr lust drauf da hat er bestimmt auch nichts dagegen meine edits sind by the way ich weiß gerade jetzt nicht so gut aber ich bin sehr sehr viel äh cleaner wieder geworden ich finde man merkt einen krassen unterschied es ist wieder ähm wieder in dem tempo wie wenn ich mit äh mit dem anderen editieren würde bis hier also mit dem mit strg ich hatte ja meine keybinds gechanged diese stelle hier mag ich nicht so gerne diese stelle hier mag ich nicht so gerne finde ich das echt komisch hier mit den treppen danke das wäre vergeilt es fag ich bin gespannt ob er Bock hat aber ich gehe davon aus sagen wir irgendwie eine stunde oder so fortnite dann nochmal zwei däronen valorant ist doch geil soo ich habe überhaupt nicht das gefühl dass ich ansatzweise warm bin chat will jemanden 1 vs 1 gegen mich zum warm machen ich meine bock einfach nur stumpfen 1 gegen 1 äh wieso was ist das ach so oh nein lost hm unser internet spinnt gerade so dermaßen nein hä bin ich hier zweimal okay ich komme on geil wir machen 1v1 gegen step bro zack clean one zack ich glaube aber du bist krasser ja werden wir sehen ich glaube nicht ich glaube so viel macht das jetzt nicht aus du zockst ja auch halt einfach kein fortnite mehr mhm 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 zack 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 das stimmt ja Zeit auf 13 Uhr gendert so ist es leonard so ist es ich hoffe dass ich nicht wieder lagge das werden wir sehen das werden wir herausfinden chillig ja 13 Uhr ist sinnvoller als 12 Uhr das Video online kommen und dann 13 Uhr live ist glaube ich äh besser für die Performance vom Video plus für naja halt über den Tag verteilen mehr Content mehr präsent und für deine Frage ja das Internet hat dich auch gespannt musst du einmal einen Router neu starten ey ich stand gefühlt eine halbe Stunde zwischendurch auf K und habe es noch im Timer geschafft ganz am Anfang die erste Runde habe ich es nicht im Timer geschafft damals schon krass Rob update okay morgen kommt Jakobs Song Podcast übermorgen ups ey der Song ist so geil und das Musikvideos dazu ist wirklich geisteskrank das ist wirklich wirklich ein richtig richtig geiler Song ne der Stick hat das nicht hier ok 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 mhm da 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 bin gespannt ja das kann es auch sein ich sag es dir wie es ist also es ist wirklich ich feiere es sehr ich habe mich rein perfekt 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 oh Sarah ist schon online ab dafür der ist im Match was ist das denn macht der sich warm wann kommt dein Song welcher Song mir kommt kein Song mir kommt kein Song ich könnte mal wieder eine auf Soundcloud droppen ich droppe heute eine auf Soundcloud ok Chat ich habe ich kann kein keine Songs bei Spotify hochladen weil man irgendwie sich bei so einer Seite anmelden muss die so 30 äh 30 Euro kostet und man kann das nur mit Kreditkarte zahlen ich habe keine Kreditkarte ich habe eine Kreditkarte ja kann ich das über deinen Namen laufen lassen dann kann ich Songs die haben nicht zugehört kann ich Songs bei Spotify droppen aaaah hier fucking äh distrokit oder was genau das hatte ich früher auch ich wollte die auch hochladen aber dann hatten die nur Kreditkarte musste ich zu Spin Up oder so gehen die haben Paypal genommen Spin Up? oder woanders hingehen ja es gibt ganz viele ich glaube ich weiß gar nicht ob es Spin Up noch gibt aber es gibt auch Alternativen ok schaue ich mal an aber distroquiert halt den geileren Deal ne zahlst du irgendwie einmal im Jahr und kannst du unendlich viel hochladen ja ja das wäre halt Spin Up dazu glaube ich pro Release eigentlich muss ich mir auch einfach mal eine Kreditkarte holen man kommt ja schon öfter mal so an die an den Punkt ja das war nämlich auch mein Problem ich habe so eine Businesskarte einfach beantragt das ist so eine Debit Kreditkarte das heißt es ist keine klassische Kreditkarte sondern du gibst quasi als Kreditkarte an aber die funktioniert wie die ist quasi so ein Girokonto das heißt du kannst sie nicht überziehen oder so weißt du ah das heißt du musst es aufladen und kannst dann genau du hast einfach einen ganz normalen Kontostand und kannst wenn du was mit der Kreditkarte bezahlst dann wird es nicht irgendwie am Ende des Monats abgebucht weißt du wie eine Kreditkarte funktioniert sondern wird halt direkt wie es ist quasi wie eine ganz normale EC-Karte bloß dass du sie das ist quasi so ein Hack einfach dass du Kreditkarten benutzen kannst mit deinem ganz normalen Konto ich gehe ganz kurz mal die Tür zu machen jo mach das mach das ok smart ja dann gibt es vielleicht doch bald mal einen Song von mir kam gestern kein Stream oder habe ich den verpasst? ne Dominik den Stream gestern habe ich ausfallen lassen aber ab heute geht es 13 Uhr wieder los bis zu dem Zeitpunkt wo meine Schwester dann sagt ich muss mal kurz nach Deutschland fliegen weil ihr Kind kommt und dann bin ich für eine Woche in Deutschland und bin ich wieder hier und dann gehen die Streams wieder weiter also vorausgesetzt stand jetzt täglich 13 Uhr kann man mitspielen ich zockduo mit Sard soll man mitspielen eigentlich auf auch auf Blacklist boah ne das ist fein aber schreibt Blacklist adde mich und ganz wichtig auch ihn hier äh kannst du mich eden kannst du mich eden muss ganz ganz doll Blackliste sein das will ich niemals niemals im Chat nochmal sehen habe ich schon ok gut bald Fortnite streamen mit Neffe hab eden ne 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 wir haben schon also ich habe schon so oft eden gelesen das das muss ganz ganz doll geblacklistet werden oh cool warte ist es online oh mit dem muss ich auch nochmal irgendwann zacken so was wollten wir spielen in Arena hab perfekt ich danke dir man ähm gibt es jetzt die Tage irgendwie mal ein Turnier oder so gibt es da irgendwas was ich mir vielleicht so ein bisschen in Kalender schreiben kann wo sehe ich denn Turnierdetails wann welche Turniere sind weil ich habe gehört es gibt irgendwie so Cash Cups äh Zero Builds Zero Build Cash Cups da bin ich dabei das denke ich nämlich auch da sehe ich uns beide als Duo das geht alles über In-Game eigentlich oder also das ist halt das Geile bei Fortnite gewesen es gibt es kommt auch ein Veteran falls du es mitbekommen hast was so In-Game qualifizieren für die großen Turniere und so doch mega geil geil aber muss halt ein Five-Stack haben ist klar aber allein das Feature ist geil gehst halt mit deinem Five-Stack rein musst nicht bei irgendwelchen komischen Turnierseiten rumwurschteln und so sondern kannst In-Game einfach In-Game clean über den Launcher einfach die Turniere zocken und dann bei VCT mitspielen das ist geil jo heute 19 Uhr sogar Duocup in dem man einen Skin bekommen kann geil ja aber was sagst du? Wettkämpfe da ah ok hier sind die in 6 Stunden cool ähm was ist denn das was muss man da machen was sind die Kunden oh scheiße kann sein dass man dafür irgendwie Arena-Range gewissen haben muss ja ja genau das wäre jetzt die Frage ähm dann muss ich mich noch hochgreifen Trio-Fill-Cup warte mal da den muss man Solo spielen Solo spielen und dann ist der mit auffüllen du musst mindestens 13 Jahre alt sein das war's das kriegen wir hin ja ich wollte noch Discord gucken weil sich mein Mike irgendwie in deinem Video so komisch angehört hat warte mal oh es geht aber das glaube ich richtig jetzt also es hört sich jedenfalls ziemlich normal an ja es klingt irgendwie anders ja aber es ist halt auch einfach Discord ne ich war gestern im Kino geil Stepper oh du auch ja ich auch ja hast du geschaut Stepper hast du auch so Zoome geguckt so Zoome was ist das so ein Anime so ein Anime ja genau so ein Anime Film da kommt halt irgendwie so Anime Filme sind immer nur an so irgendwie 3 verschiedenen Tagen äh werden die ausgestrahlt 3 verschiedene Tage das ist bei mir einfach äh gefühlt so ist das das komplette Kinoprogramm einfach so das Default bei dir ja ja aber die werden halt wirklich nur 3 irgendwie in einer Woche oder 2 Wochen werden die in 2-3 Terminen ausgestrahlt und dann halt nie wieder so weil die halt nicht so viele Leute die schauen ja kannst halt nur ein paar Kinos mit filmen aber halt nicht irgendwie monatelang ey Super Mario den hab ich auch schon geschaut komm mal hier rein Manta Manta hat er geguckt das wahrscheinlich auch ein anderer Anime Film Servus Mathis ich bin jetzt hier ich bin in so ein irgendein Modus gegangen wo man so ein bisschen bauen kann aber ich krieg das nicht hin man ich baue einfach nicht du baust ich schieße äh Mathis wir müssen die Tage mal quatschen Mann ey ich will den Discord ein bisschen ummodifizieren falls du Bock hast ähm Gordon auch einen wunderschönen Tag Yannis auch Johannes meine ich sorry save machen wir danke dir ist kein Anime oh ok ja kein Plan ey komm mal da raus hörst du mal bisschen zocken jetzt ey ich wollte mich eigentlich aufwärmen weil du gesagt hast 14 Uhr aber das war ja 6 ach so ach so ja ich hab schon gesehen du warst online und ich dachte mir ey dann können wir auch jetzt anfangen ach so ja ich wollte eine Stunde vorher halt ein bisschen reinkommen damit ich mich nicht so blamiere wie beim letzten Mal du wolltest dich einfach ein bisschen warm machen geil ja aber ist jetzt nichts dann rein lag ich scheiß im Kopf das wird das Tape landen ja ja save wieder außen oft ganz entspannt ja genau oh es gibt jetzt hier die ich weiß nicht ob es gibt es hier auch in Arena die von Attack on Titan die ja gibt es auch geil alter da freue ich mich schon drauf die auch zu probieren da äh kannst du echt richtig richtig gut mit moven und man kann damit auch irgendwie äh ziemlich stark fighten hab ich gesehen also gibt es schon krasse Attacks ja aber ähm hab ich bisher noch nicht so ganz raus sehen ja hast du schon gespielt sogar ja ich hab gestern mit äh Jakob bisschen äh ich hatte dich doch gefragt gestern war nicht schon draußen ja ja gestern war das aber ich dachte für heute meinst du Trio und so äh ne ich wollte gestern spontan war ich mit Jakob ach so genau so rum hab ich verwechselt aber dann war ich halt im Kino abends ja heute hat Jakob nicht so Bock alles gut alles gut hopp 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 ja wir haben auch echt nicht so viel gerissen gestern hab die auch Arena gespielt ja aber auch eher schlechter als recht ja wie sieht es bei Jakobs Fortnite Skills aus auch genau so wie ich es gerade gesagt ey ne der hat einmal vier Kills gemacht oh ha ok das ist gut äh das war schon recht lässig wahrscheinlich so bauen ist er auch komplett raus genau ja ist aber eher so ein Familienfilm ok so ich geh mal davon aus Sired wieder ein bisschen weiter wieder da hallo so wo kommt ihr ja ich bin davon ausgegeben dass du ein bisschen später raus willst deswegen gehen wir wieder zu unserem altbekannten Spot aber da waren wir schon ne ja ja das ist diese diese Insel das ist die Samurai Sache ja wie gut ist Sired gar nicht 1 von 10 ne also schon du hast dieses Knowledge dieses Verständnis von Battle Royale hast du ja komplett ja ich guess aber bei dir ist halt ab dem Moment wo du anfangen musst zu bauen geht halt gar nichts mehr ja genau genau also Zero Build wäre ich wahrscheinlich eher so ne 6 von 10 ja Zero Build Arena gibt es nicht Chat ne mhm das wäre cool weiß ich auch nicht warum ich geh zu dem Haus wo ich markiert habe ok und lande ich vorne in dem ja dann eigentlich echt komisch ne warum gibt es das nicht warum enden die das nicht das ist doch das würde doch voll beliebt sein ich glaube so viele Leute zocken aber vielleicht würden dann wieder mehr Leute anfangen zu zocken ja ach doch da stand da stand wie viele ich habe gerade gesehen als ich die Game Modi ausgewählt hat stand wie viele Leute gerade was spielen haben zwar natürlich mehr Leute normales Battle Royale gespielt aber haben schon auch ein paar Leute Zero Build gespielt mhm ja stimmt ich hab so nen Shield Sprinkler oh ich hab ne blaue Havoc aus der ersten Kiste hier ist ne blaue Kampfschrotflinte wenn du magst ja nehm ich nehm ich das ist Marked ah ich habe auch ne Havoc alles gut ok top einfach schon die Namen alle so drauf hast Shield Sprinkler sollten wir zusammen ja ja lass das in dem äh lass bei der Flagge treffen und den hier zusammen taken weißt du mhm ok 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 ist da unten noch was ja ich komm hoch ich komm hoch mal zu helfen immer einmal anhitten ne alles so ja das ist ja halb kaputt das ist ja halb kaputt das ist ja aber auch weg ne ja ja genau oi 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 wär fast schief gegangen geil ganz guten Loot actually wenn ich jetzt irgendwie ich auch ich hab auch blaue Havoc Suppress ach das heißt beides Havoc ach so das ist einfach nur die Art wie das heißt ja ja ich hab so ne AR die ist fein ja die ist schallgedampfter ja mhm ja ich ne blaue Pistil ich sag's immer wieder blaue Pistil jetzt hier raus das wär toll würd ich nehmen aber meistens geschieht dies dann nicht ne mittlere Munition ah ne blaue Tactic oh ne da ist ne Pistil wow ja das ist doch toll na dann ab ich hab die ganze Loot auch einfach mit eingenommen ich hab komplett alle Materials und sonst was mir geschnappt Havoc ist besser meinst du ne Havoc ist die beste Pump auf jeden Fall ach das war diese Auto ja die schießt einfach fast genauso langsam ne genau also wirklich teiler Quatsch das ist geil mit den Kisten das hier so mal kitzeln muss ich nicht immer so blöd suchen wo der Klang herkommt ja genau mit den mit den visualisieren ne ja 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 hier müsst es irgendwo auch diese Kisten geben wo wo die Dings drin sind oh die haben das oh die haben das Knife genervt ja ja genau das ist schwer aber ich glaub nicht zwei Charges und es sind noch blau auch ich glaub nicht alle ich glaub es gibt trotzdem noch Schwerter mit drei Charges gab es irgendwie jedenfalls bei Jakob ah dann sind die Lila einfach genau ja dann sind die Lila auch mit einfach zwei Versionen ähm aber hier sind auch die Kisten ich glaub hier vorne vor mir ist eine ah ne hier ist das Schwert genau hier ist ein lila Schwert ähm wo die wo die Dings drin sind von Attack on Titan die sind hier auch irgendwo die Kisten die sind einfach ein bisschen größer ich weiß nicht ob du die schon gesehen hast ah ok ne hab ich noch nicht gesehen ne hab ich noch nicht gesehen ich will so ne Kiste haben ich will diesen Attack on Titanerzen oh hier ist ne Rotpunkt Eier ein Lila ja ich hab auch eine blaue ich glaub ich nehm Lila ja dann nehm ich die Lila die nehm ich die nehm ich die schnapp ich nicht die blaue Haywalk ja ich spiel die ich spiel die Pistol die Pistol ne ja haaaaa ich hab gar keine Motivereals gefarmt Aaaa ich hab gar keine Motivereals gefarmt ne habe ich nicht schau ach das sieht man auch oben wo man hier immer so dämlich fahren volles hohe level ich habe echt viel fordner gezogen aber ich muss auch sagen es auch echt fun eigentlich ja ja sehr viel cooler geworden es explodiert gleich oh mein gott was das hat ordentlich damit ich hab so viel schlafen bekommen davon und schlüssel direkt aus der kiste hier wie geil ja wie geil ey ich sag's wie es ist ich glaube brauchst du grad ne smg willst du hier die lila ne smg haben nee nee chat spiel ich die lila ne smg oder die blaue piste blaue piste leide ich schon besser ne ne ich spiel auf piste weiter können wir uns gleich noch mal irgendwie was kommen wenn wir was sehen wer hält so ein schlüssel dann lass sie hoch ja piste ist besser ey wir haben echt einfach das ding nicht gefunden ne es gibt glaube ich so feste spots wo die jede runde spawnen wir haben sie irgendwann nicht gefunden da müssen wir das mal googeln wo die scheiße noch ein schlüssel ist schon wichtig wenn irgendjemand am ende ankommt mit so einem ding womit man eigentlich riesen tötet dann glaube ich bisschen am arsch du hast du hast attack on titan geguckt wa ja ich nicht und wir müssen in die zone ist auch echt gut aber slightly overrated noch ein schlüssel ey ich hab drei schlüssel ich guck hier einmal ganz kurz in in der zone hier bei den dings was brauchst du noch an waffen eigentlich nicht meine bessere farben allgeist ne ja ich höre mir hier eine lila pump äh lila piste ok wir auch nur eine ar sonst noch für dich ok können wir trios spielen wir zocken jetzt gerade dros punkt ich brauche hier so ein bisschen hoch du kannst ja auch bauen baut landes ganz vergessen so kein stress an der stelle das film zu schauen let's go so nämlich hier in der stadt sind doch bestimmt welche ja und da sind keiner war der war der in der stadt so ach so ja ok da sind aber gegner wenn überall gegner sein ja ich mag die stadt nicht will da wirklich nicht so gerne oh wir können lass mal weiter lass mal weiter 400 meter können wir den golden das goldene ding da hin holen ja geil ja machen wir müssen schnell genug sein noch blinkt es nicht mit dem anderen würden wir safe schneller scharren oh glaub ich schaff's glaub ich schaff's wenn der jetzt auf blinkt nein 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 ich werd so knapp zu spät kommen ich bin zu spät ich bin so zu spät na egal lila komm auch gut die goldäpfe da drin sind auch das wichtige let's go leichte finger erst um 13 uhr sind anstatt 12 uhr dann gehen deine videos 12 uhr nicht unter genau das ist der plan dahinter und auch wenn ihr die die videos 12 uhr sind ja auch geplant dass wenn ihr so aus der schule kommt immer ein video online ist das heißt nicht dass sie alle um 12 uhr schulschluss habt das weiß ich hat auch ferien das weißt ja auch ja ja genau aber auch nicht mehr überall jetzt seit montag das ist wieder ja ja das ist überall haben manche nur eine woche oder was na es ist ganz kommt ferien ist ganz ganz kompliziert immer es ist zwischendurch bayern bayern hat irgendwie die letzten drei wochen sommer feiern das ist alles irgendwie ganz weird nee aber jetzt dann habt ihr so ein video online egal wann ihr schulschluss habt es ist immer 100 prozent video online außer ihr habt um 11 uhr schulschluss weil eure lehrerin irgendwie schule schwänzt okay aber ja und dann der livestream auch im instant danach ist glaube ich fair so ich sind gute also willst du die lila havok nicht und die gold apple richtig also soll ich die anstatt der ab egal was egal was ist alles also das bestes hier wie es gibt bestes hier wie es gibt ja halte ich das komplett voll over time nee also ja over time komplett voll ja aber es halt immer irgendwie ich glaube zwei oder fünfer texte also meine lehren schwänzt for real deswegen keine schule sag ich doch zack kann ich verstehen ich habe auch keinen bock auf kinder okay ich habe noch zwei schlüsse ich gehe mal hier vorne gucken ob hier eine goldene havok ist ja irgendwie geil dass man mittlerweile so ein bisschen die map kennt so macht direkt so viel mehr spaß ja klar ja lass mal so langsam mal einen gegner pushen also ja true wir haben nicht einen einzigen kill wir haben nicht mal die einzigen die wir gesehen haben waren in einer dummen stadt ist jetzt geil für duos hier mit markieren kann wenn ich die anschließe mit den markern oder was also wenn ich meinen anschließend dann ist er kurz markiert ja das ist geil oh man wird ja voll schnell voll geil red and clang oh hier liegen einfach lila in der pisse rum haben die nicht mitgenommen müssen loser gewesen sein ich nehme lieber die long-wind-waffe ja ist fein du schießt ja so oder so mehr als dass du baust hinter uns hinter uns auf der siblingbahn ich glaube der wird gleich da aus der siblingbahn rauskommen oder ich raff nicht wo er ist naja ist weiter hier wo ist er denn ist er hartstuck auf der siblingbahn oder was ich verstehe es nicht es will mir wird so doll angezeigt dass jemand auf der siblingbahn ist ist wahrscheinlich einfach nur so ein visual bug oder wird angezeigt dass er hier steht ja ok naja dann ist es nur bei mir so man fortnight wieder so verbuggt äh scheiße heißt das nicht zipline weiß ich nicht was habe ich gesagt zipplinglein da hat dann dann oh so mess so doll 80 mats ey ist dann einfach niemand da du hast einfach noch weiter in die sache du hast schon auf den streammodus gecued wir sind jetzt hier nicht auf einer creative map ne wir sind schon arena ich schieße hier einfach so dreimal an ach ne du hast keinen hängegleiter oder ne ne wir können zur insel die sieht unlooted aus ey lass mal zur insel move'n aber ne irgendjemand ist da schon aber das ist auch fein klatschen wir ihn um machen wir die haben die insel haben gerade das ding gelootet das heißt die haben jetzt gerade den frisch den op loot ähm was machen wir dann? töten? loot holen? ja ok dann ab und rifter steck mal hoch ne ok oh wir hätten uns ein gold apfel rein fratzen sollen lande auf dem dach und dann fratz dir noch schnell ein gold apfel rein bevor du fight gehst oh die hauen ab ja mit tech on titan shit ja die hauen ab ja die hauen ab ja lass deren loot ass geiern gibts einfach nix mehr in dem alles mitgenommen ja gibt was denn die sind da unten schießen 30 auf den einen ja ich hab halt dagegen bin ich halt jetzt bisschen machtlos ja ich hab den 2x30 gegeben 20 auf den wollen wir den pushen? ich glaub der hat ich glaub der hat poppen gold apfel poppen gold apfel ok aber warte ich bin zu late ok lass rein komm die sind hier beide drin hier ist einer bei mir der in der luft ist low der in der luft ist low in der luft ist low hier sind noch welche die sind beide weggerannt das sind zwei neue das sind zwei neue ich bin low aber das ah fuck das sind zwei neue das ist dreckig shit ja ich bin down ja die war eine relativ low also ich hab ich weiß nicht ob ich auf den selben geschossen hab ja ich hab echt keinen plan was ich machen soll hier schieß doch jetzt noch einen ne äh ich weiß nicht was ich tue ich bin ganz ganz langsam mit dem scheiß hängegleiter der guckt dir an wie langsam dieser Ahl ist aber ich glaube ich komm weg ach du hast ein lilanes sogar ich hab mich gewundert warum du immer so viel weiter geflogen bist als ich ne das weil ich echt einfach besser besser bin die gibt doch nicht auf nein nein ich hätte immer so dermaßen gejagt also das ist geisteskrank halbe stunde das ist gut gebaut das ist lässig das ist das ist lässig mit deinem ekligen komischen skin da ey ich bin so doll noch nicht drin also das ist geil alles geil ey wirklich ich war noch nie drin ohhh ja anwärterliga ey aber ich hab mehr punkte als das letzte mal als wir gezockt haben also ich hab echt plus gemacht bisschen ich bin fast auf 4k Alter das ist ja echt gut das kannst du gar nicht einschätzen du hast locker du hast absolut keine Ahnung wie gut das ist oder? nö aber ich weiß also ey alter das ist richtig gut so geil oh kann ich mitspielen Luca wir zocken gerade Duos zur Zeit dementsprechend gerade ja nicht I'm sorry GamerPro einen wunderschönen guten Tag Ben auch Servus oh man Ah man kann ja auch einzeln kaufen die Skins Welche? die Attack on Titan Skins Echt jetzt? Was kosten die? Muss ich Jakobs sagen will die haben? Bin genau reingekommen in die Lobby gerade ok 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 aber ich glaub halt er dein Jäger ist nur im Battle Pass und den Rest kannst du kaufen ah ok wer auch immer noch am Start ist ja irgend so ein Girl von denen von denen wie heißt die Mikasa glaub ich? das weiß ich nicht Mitsu 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 Jakob braucht Ehrenjäger du musst dir einen Battle Pass holen ja im Karster hab ich recht gesagt im Karster eigentlich kann man auch drei SMGs spielen mit diesem schnell nachladen als drei Waffen und einfach dauerhaft mit den Dingern einfach sprayen ja aber da verbrennt es ja richtig Munition musst du Munition farm gehen stimmt oder du kriegst irgend so ein Perk vielleicht gibt es sowas was es verhindert wollen wir direkt wieder noch die Nests hier raus hotroppen oder was? raus 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 unsere City gar keine Ahnung du darfst dich nicht bewegen du musst einfach direkt straight nach unten du darfst nicht mit WASD irgendwie packst du mal also mit W ja aber wieviel Punkte hast du? 565 ja geil ja das war grad einfach ne Frage im Chat das steht voll fett auf dem Bildschirm achso bei dir ja komm lass hier lass hier lass hier bei dem Turm ja 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 das ist safe ich hab nen Schlüssel Mann lass mich runter du dumme Sau hier sind Leute mitgelandet an mindestens ein Team ich stehe grad bisschen open ich hab ne Shotgun und ne richtige Waffe ich bin ich bin lol hier ist doch so ein Ding hier ist doch so ein Ding ist der Errenjäger? top hier ist der Scheiß kannst du das Werkzeug Ding auch Errenjäger einfach nennen? er kann blocken ich weiß nicht wie das Ding heißt übst du den jetzt hier grade? wir sind voll im Creative äh voll im Ding ich weiß nicht wie man angreift hast du in dieser Season gespielt wo Spiderman mit drin war? ja da haben wir sogar gespielt da haben wir nur Bild gespielt ja genau also so genau so moved er hier ist ein Shotgun für dich? ja schon aber mit angreifen ich hab äh Maven Auto ja da hab ich schon genau die wie greift man damit an? ich kann man kann nur auf auf Gegenstände kannst du auch angreifen irgendwie du kannst nicht einfach so random angreifen glaub ich okay also man muss mit ner animation mäßig machen ja irgendwie wenn du in der Luft bist kannst du mit links klick da rauf ziehen und damit angreifen du bist hier sind Gegner noch in der Stadt ne? musst du aufpassen ich weiß nicht ob das recharged oder so ja ja recharged das Gegner okay einer minus beide low beide low wir sind die Jäger das verstehe ich nicht ich bin tot oh den hab ich nicht gesehen ja ey also was hast du gemacht? ich bin reingeslidet aber der hat nicht der hat nicht attackiert ich bin halt irgendwie dreimal um den rum geslidet aber ich wusste nicht wie ich den mit Schaden mache du musst ihn mit links klicken musst du ihn angreifen aber äh spiel mal lieber mit Pump und so links klick ist aber auch daschen ja du dashst in ihn rein hä? du dashst nicht einfach so irgendwo hin das ist dein Angriff dieser Dash du dashst in ihn rein du schlägst ihn damit sozusagen hat nicht geklappt okay aber war lustig dafür gibt es die Stäbe ach kann man das beides machen oder waff? die Waffen nur gut im 1 vs 1 okay ja also zum Moven ist halt fein so aber du musst halt zur Waffe wechseln dann nach idealerweise ja genau also irgendwie schießen ähm sagst du äh zur Zeit noch Valorant? also so auf ich? also äh gar nicht oder also gegen die Frage an dich? nee achso ich dachte vielleicht hast du dich vorgelesen achso äh nee also wenn bis wir jetzt vor 2 Tagen mit Fortnite angefangen haben wenn ich irgendwas gespielt hab dann Valorant aber jetzt auch den letzten Monat auch gar nichts weil ich da halt auch noch weniger Zeit hab durch die Selbstständigkeit so ja ja davor hab ich ne Zeit lang hab ich äh schon alle 1-2 Tage mit Alice mal gespielt aber jetzt aktuell gar nicht okay echt nicht was ist das hier? du holst äh aber ich dachte vielleicht hast du bock irgendwie danach noch um ne Welle oder so ja können wir machen safe ja was ist ja dein können wir machen ich hab diesen ich hab diesen lustigen Viper Sheriff Skin gerückt ja oh hast du gesehen die die neuen Skins sind einfach einfach CSGO Default Waffen das ist so frech dass sie es jetzt rausbringen wo äh Counter-Strike 2 rauskommt das haben die so mit Absicht gemacht wie einfach kannst du mal ne Default CSGO Waffen oder was? ja ja die sehen aus wie aus CSGO und das Butterfly die haben auch so ein Butterfly und das hat genau die Form von den CSGO Butterfly das ist richtig frech ist das geil ist das geil ja aber das äh cooles Feature ist dass die auf Attacker und Defender verschiedene Versionen haben sehen die dann auch für Attacker aus wie äh wie ne AK und auf Defender Dings? ne ne es ist immer es sieht zu 100% aus wie ne AK einfach aber die haben so ein bisschen anderes Farbschema so ein bisschen mehr Grau oder so ich hab's auch nicht ganz gecheckt war jetzt nicht so nennenswert ehrlich gesagt aber es ist halt literally auch ne Idee aus Counter-Strike ne mit äh da kannst du für jede Seite ne einzelne Waffe auswählen ah ok aber es ist halt ich sprich halt noch mehr dafür dass sie es voll mit Absicht gemacht hat landest du wieder in dem Turm? äh ich land hier unten dann geh ich hoch in den Turm Wasser ehrlich gesagt blub dann hol ich mir Ehrenjäger ja mach das vielleicht kannst du damit mehr anfangen also zum Moven werde ich das jetzt kann ich das natürlich auch benutzen aber ja ja safe hab ich mich da irgendwie selbst umgebracht einfach also Attack wär glaub ich wichtig dass wir den mitnehmen äh wo hast du den denn gefunden? der war im Turm da in der unteren Etage da war diese Kiste naja bei mir war jetzt einfach ne normale Kiste oh da ist auch ne normale Kiste und gegenüber ist quasi dann ist sie einfach nicht gespawnt glaub ich dann spawnt die nicht ok oder vielleicht war sie da und die Loot öffnet aber also gibt nicht den Loot wenn man es kaputt macht und dann hab ich es auch deswegen kaputt gemacht oh das kann natürlich passiert sein aber ich glaub nicht also vielleicht spawnt die einfach nicht immer ja mir wäre mir wäre mir wäre mir würde das nicht passieren spawnt random ok ah echt ok dann ich hab paar Splashys ebims2-tv-albana kannst du mich bitte grüßen nasichi mein Mann was ein Name ein Biest von einem Namen mehr Buchstaben mehr Buchstaben hat Youtube auch nicht erlaubt wahrscheinlich ich nehm den Ali hier ein ich hab nen Mini und nen Bigport für dich Gangbrows komm das nehm ich meine Spiech SMG die Runde ja ja auf jeden Fall löscht die Finger und SMGs Baba oh Alter das liegt ja komplett ist ja einfach da dann ja aber du musst jetzt nochmal schießen und die SMG nochmal reloaden die hat nämlich so ein Doppelmagazin der erste Reload geht immer schnell und dann hast du im Fight den schnellen Reload und statt den langsamen wie jetzt hä? aber das ist ein Feature von dem Perk oder wie? nein nein das ist ein Feature von der Waffe ja hier zwei Minis und nen Bigport für dich ah danke ah danke ah danke mein Name länger als meine Zukunft oh blauer Pistel? nope nicht diese Zeit ok dann nehm ich nix willst du die SMG haben? nee 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 ich hab ne grüne Piste ist fein ich will Ehrenjäger oh hier ist ne blaue SMG na unten nehm ich die mit jetzt sind wir alle happy yay endlich wieder Glücksgefühle jupi ja ok hier oben ist noch einer Chess nice das hier nicht kaputt geht einfach wieder Top 25 keine Gegner top na ich mein aber dann noch safe ne aber jaja ich vergesse immer das hier auch die Drohnen sind oh haben Schlüssel nice ja schon zweiten oder hast du den jetzt ist der dir jetzt erst aufgefallen äh ist der erst den hab ich gerade gefunden im Moment echt jetzt? ja der lag da einfach man hattest du letzte Runde wahrscheinlich einfach einen den ich jetzt noch im Kopf hatte ok nevermind geil gott ist voll man letzte Runde da bringst du glaub ich grad einiges durcheinander ne dann bei mir war vorletzte Runde letzte Runde sind wir wegen Ehrenjäger bei dir gestorben oh ich hab Ehrenjäger ja stimmt ah nice ok hier bei der Fischerhütte kann auch einer spawn merken an oh ich hab auch zwei Schlüssel der Drohnen zwei erst mal gucken ja ich hab dieses perk gar nichts für movement leider also wenn du mal ein Schwert hier Merty findest äh ich weiß wo ein Schwert ist äh ja hier in dem Haus auf der rechten Seite ich glaub hier close ja hier close in der Korne Schwerter sind immer da die spawnen nicht Runde Schwerter sind immer da ok ich komm mal was wir uns hier noch holen können wow ok hier ist ne DMR Prinzip her für dich und auch wenn du magst ne lila tactical die hier auf dem Brunnen liegt ich hab ganz guten Chat jetzt ja oh kannst du mich grüßen dass das dreimal reingespampt ich bann dich jetzt nutze auf diesem Kanal ausblenden schön äh ja ist nur ne DMR aber wenn du die auch magst weiß ich nicht prinzipiell also kann man damit schon gut Damage machen oh ne nimm die lila nimm die lila nimm die lila Harvok lila Harvok hä nicht die Tag äh die blaue Harvok nicht die lila tactical achso achso also ja ich weiß nicht was ich behalten soll weil ich hab jetzt keine ich hab jetzt flinke Finger aber ich hab keine SMG mehr das ist ein Quatsch dann scheiß einfach auf dein Park oder spielst einfach nur die SMG und Dings was hast du denn für Waffe ne scheiß auf deine Range Waffe grade ist so oder so nicht so nice die ist nicht gut auf Range echt die ist nur gut auf mittlere Entfernung ja quatsch nehm ich die hier so jetzt hab ich Range hast du DMR gekauft? ja ok aber der Shotgun meinst du muss man behalten Shotgun muss genau wenn entweder wenn du kein Movement Item hast dann spielst du noch ein SMG und ne AR und wenn du Movement Item hast dann Shotgun und SMG oder Pistol weil du halt du kämpfst nicht auf Long Distance das gibt es eigentlich nicht Stimmt also nicht im Build ne ne schießt halt irgendwie die Leute an aber ist halt useless irgendwie genau die bauen sich zu und dann läuft es am Ende drauf hinaus dass irgendwie ein Build Fight draus entsteht das ist eigentlich kacke man ich will eigentlich nur Build Arena dass es das gibt du musst einfach besser werden dann bauen so hier vorne kannst du dir ne bessere SMG noch kaufen wenn du magst wenn du überhaupt SMG jetzt spielst ne ey doch verkauf deinen scheiß DMR hol dir diese SMG und mach das mal diese Runde was soll ich machen? spiel mit SMG anstatt A ja ich schmeiß die R weg und dann gehen wir in die Bau Fights ah gut mach den hier mal kaputt dann kann hier kein anderer dran healen ok ok langsam mal nen Gegner finden nochmal zwei Keys kein anderes Perk hätte ich nehmen können ich wollte nicht das mit dem Eliminations mit dem Schwert das ist ja Müll ja zwei Keys sind aber prinzipiell auch gut ja vielleicht finden wir nochmal was lass mal in die Mitte da auf die Insel ich hab auch nur ne blaue Shotgun ne ach ich hab ja auch den hier ich will mit dem ich will grad mit dem Schwert moven hast du auch nen Schwert? nein nein ich dachte ich moven mit dem Schwert und dann hat man plötzlich das Ding in der Hand können hier mit dem Dings du hast nen Schwert ne? ok das machen wir hier kannst du ja erstmal gucken naja können wir schon ne nix boah aber unfassbar viele Chests hier leuchtet alles auf ich bin im Paradies what the fuck man ah hier ist ein blau äh lila Schwert die sind echt selten einfach oder was? hast du ne ne lila Schwerter hängen immer an der Wand hä? jaa ok wie auch immer ich hab's jetzt genommen ah ne ist dann echt Zufall einfach was für ein Schwert ist da ja klasse oh hier ist Eren Jäger ok hier kannst du ihn leicht abgebrochen haben hier oben jo macht das Haus sonst einfach kaputt ja ich wollte auch nicht die Treffe nehmen danke what the fuck ist das ja das ist äh aus Attack on Titan ja also zum Beispiel auch nicht aber angreifen nicht oder wie ja also man kann blocken aber was bringt das blocken? ah du kannst wenn du rechtsklick hältst kannst du mit linksklick angriff ne bei mir geht das nicht doch doch du musst guck mal auf irgendwas halt rechtsklick und dann muss auch es muss ja aufgeladen sein es hat ja so ein cooldown du kannst ja jetzt auch nicht move'n für ne Zeit ah und dann kannst du rechtsklick schlagen ok hab's gesehen wir haben so einen Plan ne so gut lass mal da hin move'n der wird auch geöffnet lass da mal echt ganz doll hin move'n einfach oh ich hab mich noch gefangen let's go ich slide hier übers Wasser kann man sich überall festhalten nicht so wie du kannst dich nicht überall festhalten wie über Spider-Man ne ne es ist also es ist schon ähnlich aber an der Zipline zum Beispiel ne an der Zipline konntest du dich glaub ich auch noch nie festhalten aber so an an Bäumen kannst dich halt richtig gut dran rumhangeln die öffnen grad das das Ding noch und der öffnen der kann sich auch an zwei Sachen gleichzeitig festhalten anstatt noch oh meiner ist jetzt da ist jetzt Energie weg ok man kann nicht unendlich move'n wie Spider-Man da 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 der fliegt da rein ping den ping den da oben ist da reingefloh ok jetzt gehen wir direkt in in den High Ground hoch ok genauso wie ich das hier grad mach Kappa wir müssen ja erstmal ein bisschen ausspotten jo jetzt wissen wir auf jeden Fall dass die da sind und die wissen dass wir da sind ok der weiß auf jeden Fall dass wir da sind der hat nen richtigen Plan hat der ja ich bin tot Malte ich bin eingesperrt Malte ich bin eingesperrt du hast mich eingesperrt Bro du hast mich eingesperrt Bro lass los lass los ey man kann sich nirgendwo festhalten was ist das für Müll nein das ist weil du hast nen Killdown auf dem Ding so jetzt kommt irren Jäger Junge greif ihn da an greif ihn da an recht klick gedrückt halten und links klick Mann der war ja geisteskrank verschwitzt der Typ ja ja also wir haben bisher noch keinen Kill ja wollen wir vielleicht doch bisschen mittelmäßig droppen ja lass einfach direkt bisschen am Anfang fighten ja finde ich gut weil sonst lerne ich hier auch gar nichts ja dann lerne ich hier gut zu farmen und dann zu sterben oh man was geht was geht Broly einen wunderschönen guten Tag Servus herzlich willkommen ey es ist echt eh echt bodenlos wirklich ich sag's wie es ist wir haben keinerlei was willst du jetzt erstmal erstmal einen Skin kochen ja es gibt nie weil so einen Lauf kannst du hier holen für 500 so einen Titanlauf kannst du hier so mit den Armen schwenkeln da seh ich dich du du siehst ein bisschen aus in echt wie diese dieser Skin ist wenn der so den Arm schwenkt das sind ja lustige Emots oh man Alice sagt es war nicht nett und sie klatscht dir einer ok sorry also also hast du dir den angeguckt weißt du wie der aussieht ja 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 ich weiß auch wie die laufen die laufen halt richtig lustig also schon irgendwie also ich seh dich da schon ein bisschen ich hab auch diese ich hab auch diesen Hühnchen Skin warte mal der sieht so doll aus wie Jakob einfach das ist geisteskrank krank krank gute Edits ok ich bin da ich bin wach ich bin wach wohin wohin Frenzy oder was hier ok markier genau genau ein Haus wo wir hingehen das da da bin ich im Tournament ich hatte so ein random Turnier wo immer mit zufälligen Leuten oh Leute ich komm doch nicht hin ich bin zu früh gedroppt das hier bei dem Haus bei was fürn Haus wo ich markiert markiert hab ja da fliegen aber Leute noch viel besser ein anderes Team alles gut wir schaffen das ich geh oben aufs Dach nicht sterben nicht sterben nicht sterben wenn die nicht pushen rennt weg rennt versuch ein bisschen weg zu kommen wie soll ich aus dem Badezimmer kommen soll ich mich den Abfluss runter spülen oder was ich hab mich im Badezimmer gekillt oha stark 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 bis in zwei geh nicht ins Badezimmer da kommt man nicht raus ja was soll ich da machen ja nacky ooohh ich geh nicht ins Badezimmer das war meine Schuld das war meine Schuld sagst du mir ich soll wegrennen ich war auf einmal im Badezimmer eingespült ey wir sind so kacke ey man ey alles was ich so die letzten die letzten Tage an Plus gemacht hab machen wir jetzt heute Minus ab dafür das mach ich eben wieder Minus ich mach kein Minus ne du machst Plus du machst Plus langsam aber sicher ja tut mir leid du ich komm da noch rein ey wenn wir nur lang genug spielen sind wir Punkte even soll ich mich in den Abfluss runter spülen oder was ok oh man ok diesmal müssen wir ich würd sagen genau so ähnlich landen wie jetzt gerade aber besser zusammen spielen also trotzdem am Anfang versuchen in die Fights gehen early die Pigs sammeln und dann mit der Confidence aus schon zwei Kills ins gestliche Game ich glaub das ist wichtig also folge mir ok also ja ich hab nur den hier hat den hab ich doch bestimmt auch und ab dafür jawoll oh man darf nicht man darf nicht D drücken man darf nur W drücken genau oh man wirft sowas oh ja wir werden Süßigkeiten geil hier nehmt die Süßigkeiten oh man Emil einen wunderschönen guten Tag so wo willst du hin das ist Amber Square lass hier hin Amber Square ist wirklich wirklich mit da ok also doch also doch da bisschen safer oh ich glaub das ist gar nicht so safe da also da kommt mindestens mindestens ein Team mit wenn nicht sogar zwei oder drei da ist auch so ein äh so das hatten wir schon mal äh mit diesem Tresor weißt du mhm ne ah doch ja klar mit dem mit dem Bosses wo die da dann gecampt haben vor dem Tresor egal spielst du im Duo Cup um den Skin ich hab den grad eben nicht gefunden actually da war nur so ein Trio Auffüll Cup irgendwie ja das kann ich nochmal schauen für den Skin ach du jetzt da Bockdorf klar ich meine ja nicht dass wir gewinnen aber ja wär auf jeden Fall gut Appounted kann er mal spielen ähm ich land vor allem dann blüh ich auch auf ja wenns wenns auf einmal competitive wird ich land hier ja ich bin bei dir am besten irgendeine Waffe dann das ist ja top ja ich hab Munition ich kann nicht werchen wir sind im kleinsten Haus ever gelandet zu zweit hier ist noch irgendwas gewährt ey ich hab nichts hier leuchtet eine Pistole auf hier irgendwo ist ein Gegner ich pushe das Haus hier links ja der der rebuildet das ganze Haus da weiß ich nicht ob der Ted ist oder so Ted der Architekt mhm hier sind drei Kisten in meiner Butz und hier kommt Eren Jäger gepusht ich hiel uns das reicht nicht aber der schießt durch durchs Fenster was ein Halunke ganz miese Nummer war das er pusht er pusht er pusht er pusht ich hab ne Haar Bock er pusht richtig doll ok 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 ey ähm niemals in einer Box stehen ich hab nicht meine Box ich hab keinen Heal ich brauch Hilfe ich brauch Hilfe bei mir hilf mir wo bist du hilf mir bitte ich brauch ganz dringend Hilfe ey ich auch naja das war nix das ist ja geisteskrank ey ich glaub du hast zu viel Punkte ja ist eigentlich ganz gut dass wir mal ein bisschen ein bisschen reduzieren deine Punkte ne zu gut langsam ich will Champion kommen ich hab die Hälfte ey ich hätte echt gedacht dass das noch wie damals ist wenn man sich drei Tage lang hinsetzt kann man da grob rankratzen und dann muss man nur für die letzten paar sweaten aber es ist ja wirklich so dass das mittlerweile ist wie ich versuch Radiant zu werden oder so ne Scheiße eher Immortal vielleicht ja ja die Leute sind halt gut ne 5 Jahre oder so zum krass werden so ich wollte jetzt den Item Shop gucken hier so wenn es uncompetitive wird spielt Dario bis er krass ist und dann fasst Digga fasst er seinen PC für ein Jahr nicht mehr an so richtig ich hasse meinen Mikrofonarm das ist geistrang seit nem Jahr kommt er dieser eine Schraube nach ner Zeit immer wieder raus ähm No Build um 19 Uhr ist das denn ein Duo Cup oder ist das dieser Trio Auffüll Cup weil wenn das ein Trio Auffüll Cup ist dann kann ich ja nicht mit ist ein Duo Cup ok ja wenn du bock hast 19 Uhr Duo Cup ja vorher muss ich aber noch bisschen was machen ja ja also ich würde jetzt hier nicht bis dahin durchstream boah ist doch jetzt 14 Uhr man oder fuck ja ja ich würde das wahrscheinlich auch einfach offstream wahrscheinlich machen ja ok ja tu da musst du ja sonst nochmal ja ja können wir machen geil boah einfach ein Cup heute Abend zocken geil cool hab ich bock drauf aber ist mit Bauen ja ne ist ohne ja dann lass äh dann vorher nochmal bisschen ohne Bauen spielen oh ja ok weil es dann doch was ganz anderes ey dann lass hier jetzt Frenzy Fields raus ok und dann gleich einfach dann haben wir jetzt heute bisher jetzt einfach null Kills und gehen jetzt dann einfach stattdessen in den ohne Bauen oh ne 6 Runden gespielt kein Kill gemacht in 45 Minuten rausgehen ohne Bauen gutes Strat ey heute war aber auch echt richtig cursed ne sonst haben wir wenigstens also echt actually gestern ne vorgestern wo wir gespielt haben war viel ne vorvorgestern wie auch immer als wir das nächste Mal gespielt haben war viel besser da haben wir actually zweiter sind wir geworden wir haben Kills gemacht ich hab sogar Kills gemacht oder oder einen naja reicht auch ja ich hab gar nichts tot ich hab nur ne goldene DMR wo ist der fucking Loot kein Plan wir sind auch wir sind auch du wieder in dem kleinsten Häuschen ich einfach an so nem Baum gelandet oh hier ist der chest komm gib mir ne Pumpgun ok ok ich hab guten Loot ich bin ready für ich bin wirklich ready für ne fight ich will auch gern pushen ja komm her komm her hier ist nämlich einer ne ich muss noch hoch heilen also ich bin noch nicht ganz ready noch nicht fighten chill warte auf mich ja du hast gesagt du bist ready ich brauche Hilfe ich bin auf dem Weg man ich beschütze dich mit meinem eigenen Leben boah wie weit bist du denn weg man ich brauche noch einen Moment ne komm her hier ist einer ist der im Haus ja ja der ist bei mir wo 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 gib mir mehr Info als er ist bei mir ich glaub der war grad mittlere Etage ja hier irgendwo bei dir jetzt quasi er ist weg warte hier ist noch Loot hier ist noch Loot äh was brauchst du noch ey der ist weg alles hier kommt Eren Jäger der hat sich hier lang gehangelt 44 ach und da hat irgendwo einen schieß nicht schieß nicht der ist low wir haben einen ja stimmt wir haben einen wir haben wir bleiben drin wir sind wach jetzt gehts jetzt richtig los da sind noch mehr Gegner lass die fighten du warte mal ich hab Blut gelegt erstmal halb lang 44 White lass die pushen jetzt komm ja 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 hast du ich dropp dir die goldene DMR du kannst Action machen ich flank die ein bisschen guck mal wie ich jetzt von der Seite Action mache ja 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 macht das macht das macht das ist ne geile Idee ich bin ein bisschen zu nah dran ganz kurz ein Pott warte es sind zwei zwei Sekunden der eine hat einen Erens wie ein Pott ok hat nicht geklappt ich hab gebrochen aber wo sind die Eren Jäger ist on me 50 Shield Bro 50 Shield Bro wo ist der die kommen hier unten raus ich hab keine Mads mehr ich hab null Mads warte 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 hier 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 ich hab 80 links geklappt nimm du musst ein bisschen hoch komm zu mir sag wenn er pusht ich baller mir ne Pulle wieder Wade warum gehst du da rein er ist low ok das war der letzte das war der letzte ok geil ja gut job ich dachte wir pushen den ich dachte das wären zwei die ganze Zeit ja hat geklappt geil wir haben zwei Kills sehr gut da krieg ich auch geilen Loot oder wo ist das jetzt Bro du hast meine Goldene bekommen ich hab selber bekommen Loot die ist scheiße die will ich nicht ich hab nicht mehr Munition dafür ja dann du die das war jetzt meine Sniper danke dir ja ich brauch jetzt alles basically einmal bitte ich auch es geht ich hab ganz guten Loot ich kann dir äh ich kann dir nichts geben nee nee farm dir hey wir können hier diese dieses Ding einsammeln komm her ja es pack Pilze ich hol mir auch nicht hin ja kannst herkommen ich hol dir die Flagge ja mach ich fisch hier auch noch ein bisschen Loot aus dem Himmel oh hier ist ne blaue Pistol die schnapp ich mir dann kannst du die lila SMG haben wenn du magst ja ratz mir in der Zeit mal ein Big Pot los äh rein Goobies, Savills und Crabs auch Mr. Crabs einfach Savills da 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 na 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 shotgun recycels nice warte ma äh da kommt was ich sehe es ich sehe RM Jäger in der Luft ich fürchte er will mich töten der wollte einfach vorbei ich konnte ihn nicht treffen Weil der so komisch aussah. Der hat... Mit diesen Eren Jäger Dingern sind überall so Ding... Dingern raff ich gar nicht. Wow Gold! Alter! Was ist das denn? Das nennt sich Glück. Bleib ich bei der Pistol? Ich glaube ich... Ich glaube ich bleib bei der Pistol. Geil! Richtig guter Loot. Nehmen wir mit. Geil. Du hast auch noch nen Ding. Ehm... Einen Schlüssel. Komm mit. Ah du hast Eren Jäger nicht ne? Nee, gar keine Mobility. Chill ich ein bisschen. Dann können wir... Schüsse hinter uns. Lass ich hier lang. Lass lieber für die Fights gehen. Wir haben echt guten Loot dafür. Ja, Schüsse in die Richtung. Ich werd mal hier auf das Dach rauf gehen. Einer... Einen Eren Jäger fliegt da rechts von uns. Und ein Eren Jäger kommt uns jetzt gerade entgegen geflungen. Ja, ich bin halt weit weg, Mann. Ich lasere den. Hab ihn. Nice. Sein Mate kommt angeflungen. Ja, irgendwo links war der, oder? Weil ich ihn gefinished hab, wird der jetzt warten und auf die Karte gehen. Entspannt. Ah, okay. Dann scheiß drauf. Dann ist hier dein Eren Jäger, den ich hier gefischt hab. Oha, danke. So, und du meinst lieber keine... Keine Range, sondern einfach SMG dann. Genau. Aber du kannst auch die nehmen, wenn du da... Das ist so ein bisschen Mischung. Ja, okay. Nehm ich die. Weil die mag ich eigentlich mehr. Ich laser den. Oh, ich... Also... Ich hab den ganz guten Pump gedrückt. Ich nehm dort mit. Ey, Chatbot. Ich will nicht, wie das mit dem Angriff geht, Mann. Ich nehm die mit. Mit den Dingern. Ja, lass das lieber einfach. Ja. Der wird früher oder später, wird der seinen Mate... Äh, hochholen wollen, ne? Lustig. Was ist das für ein Timing? Komm mal mit, wir holen uns den. Der ist white. Der eine. Komm mal nicht rein, ich komm mal nicht rein. Ich hab ihn. Okay, ja, ja, der andere ist... Äh... Der andere ist fully boxed. Der andere ist fully boxed. Digga, und ich komm nicht ran. Ich scheiß Baum abfällen muss. Boah, Chat. Ganz kurz mal. Ich hab den... Ich hab den fully boxed. Dann musste ich erstmal kurz Baum abfällen und so. Auf ganz entspannt. Aber... Das war schon nicht schlecht. Das hätte ich vor... Vor zwei Wochen nicht hinbekommen. Na. Danke dir. Okay. Dann, weiter so. Seit wann so gut? Der war hier, guck mal. Der war in dieser Box hier hinter dem Truck, ne? Ich bin da nicht rumgekommen, einfach. Voll dumm. Wollen wir die Goldäppel holen aus dem Lootrop? Ja. Du kannst am Ende immer springen, ne? Machst du das? Wie, mit Space dann? Ja, mit Space immer. Nee. Kannst du besser move'n. Immer am Ende, bevor du abspringst, kannst du glaub' ich... Vielleicht macht er das auch automatisch und ich... Fawns. Ich glaube, der macht's automatisch. Oh mein Gott, ich bin... One-Hit. Hat er dich mit dem Stein getroffen? Ja. Das ist ja geisteskrank. Die haben so eine Confidence jetzt. Oh, das ist schon mehr gemacht. Du musst hier weg, wenn du geh... Wenn's irgendwie geht. Irgendwie weg. Versuch einfach mit Eren Jäger zu flüchten. Ja. Ich sag's dir, wie es ist. Komm zu mir. Okay. Ah, ich komm zu dir. Oh nein, die haben auch Eren Jäger. Okay. Renn einfach weg. Einfach weg. So lange wie es geht. Komm mit. Kannst du noch? Kannst du noch? Nee, ich kann jetzt. Oh, jetzt hab ich auch gehört wieder. Okay, komm zu mir. Alles gut. Okay, lass kurz jetzt schon. Noch einer. Okay, jetzt müssen wir Obacht. Der kommt. Komm in mich. Es sind zwei. Lass hier weg. Lass hier weg wieder. Wieder weg. Noch weiter. Noch weiter weg. Weiter weg. Komm mit. Schießen aber egal. Lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen. Was denn? Wie soll das gehen? Ich bin schon die fucking Attack on Titan am Fliegen, man. Ja, aber viel Moven einfach. Sag mal, sind die irgendwann komplett leer? Laden die sich wieder auf, oder? Die sind irgendwann auch komplett leer. Oh, dann ist meins gleich komplett leer. Ja, dann muss man diese Gas Tanke auffüllen. Was ist das hier für'n Perk? Oh, scheiße. Das ist diese Waffe. Okay. Komm ich rein. Okay, wir sind wieder voll. Boah. Fokus. Ah, die kann sich richtig wieder auf, ne? Meins ist gleich dead, ne? Wir können bald nicht mehr Moven. Also, ich nicht. Ja, ich kann auch nicht mehr so viel. Aber, ähm. Ja. Ey, kannst du den stacken? Ich hab vier Minis. Soll ich den lieber mitnehmen? Hä? Du brauchst immer zwei. Du brauchst immer zwei Heal. Ja, ich hab halt dieses Heal Spray. Das mag ich gern. Das ist geil, Mann. Mach sich einfach voll Healen mit. Was gibt's da zu lachen? Ist das schlecht? Ja, das ist jetzt nicht so geisteskrank. Hier ist neuer Eren Jäger. Let's go. Der ist noch kaputter. Let's go. Echt? Ja. Gucken wir mal, ob der kaputter als meiner ist. Ne, ganz kleinen Balken hab ich dazu bekommen. Let's go. Hyper, hyper. Können hier Gegner suchen. Die sind links von uns. Lass mal am besten... Hey, lass mal am besten da hin. Keinen Eren Jäger benutzen. Okay, keinen Eren Jäger benutzen. Langsam an die... In die Zone. Äh... Und dann an die Gegner langsam ranpirschen, okay? Mhm. Die sind ja jetzt hier links irgendwo von uns. Die müssen... Die müssen da links in die Zone kommen. Das heißt, wir gehen jetzt unter der Brücke hier gleich links lang. Fangen die ab. Und machen die ein bisschen low und pushen da mit Eren Jäger rein. Und holen uns dann... Von den deren Eren Jäger. Und haben dann neun. Ist das ein Plan? Ja. Aber vielleicht haben die ihn auch schon aufgebaut. Glaube ich nicht. Ein bisschen weiter hinter hier. Ja. Okay. Ja, jetzt kommen die hier gleich. Safe, safe, safe. Ich hätte das wie so auf dem Lowground rumpimmeln wollen. So lieber hier hoch. Ne, wir gehen hier hoch, ja. Aber es könnte sein, dass sie jetzt auch schon vor uns sind. Es ist immer dieser... Ja, sie sind auf jeden Fall schon vor uns. Irgendwo hier gleich. Ja, sie laufen da. Sie laufen da. Wo? Nehmen wir aus, da? Nein, nein, weiter links. Ah ja, ich hab's gesehen hinterm Stein. Okay, geh slow. Nicht zu laut sprinten. Ja, ja, ja. Ist in dem Busch. Was war das? Hast du grad geslide und hast Eis gemacht? Ja, es war aus Versehen. Es war aus Versehen. Was leise... Da, da drin ist einer. Feuer frei. 33. Ich habe ihn nicht gesehen. Unten ist er quasi gewesen. Ja. Lass... Ich hab High. Komm nicht hoch. Ah, jetzt. Okay, wir sind beide oben. Ich habe einen 25er. Hätte nicht reinspringen. Nicht einfach reinspringen in deren Box. Das macht man nicht. Was soll ich dachte? Nein, nein. Nicht einfach... Nicht einfach an den Leuten in der Box springen. Ich hab hier irgendwie grad miese Bugs. Wir müssen ein bisschen mehr Auskundschaften wissen, wo sie sind. Okay. Hier ist einer. Genau hier hinter der Treppe. Da warst du hinter der Treppe. Sie sind ein weiter hinten. Basically hier. Basically hier. Hunderter. Ich habe den Notar geöffnet. Über mir. Unter mir. Ich habe Voll-Damage gekriegt bekommen. Ich versuche hochzukommen. 77. Ich bin oben. 33. Ich verstehe es nicht. Nice. Ich habe es diesmal verstanden, Alter. Man muss einfach mal einen Überblick haben. Diesmal hatte ich den. Geil. War geil. Ich verstehe es nicht. Die Ergänzen ist gut. Guck mal, wenn du auf einmal versagst, dann bin ich auf einmal full Fokus. So nehme ich. Oh, die Zone. Ja. Haben die Ehrenjäger? Hatten die gar nicht, ne? Nee. Sonst wären die auch abgehauen, ehrlich gesagt. Ja, meiner ist halt literally gleich down, also. Ja, finden schon nochmal einen. Rechts von dir ist ein Gegner. Rechts von dir ist ein Gegner. Komm mal in mich rein. Ah ne, ich kann selber hin. Bei dem Gebauten oder was? Hier, close. In der Zone, hinterm Baum. 100, 125, 10. Ja, kommen Ehrenjäger. Mal gucken, ob der bessere Dings hat. Ziemlich sicher. Ja, guck nach. Der hat auch ne... Was ist das da? Havoc pumped, nehme ich die mit. Ja, der... Komplett fallen. Komplett fallen. Nimm einen dann. Ja, ist fallen. Schmeiß hier ein... Der hat vier mehr. Schmeiß hier das Madcat rein. Schmeiß hier das Madcat rein. Schmeiß hier das Madcat rein. Ich weiß nicht wie, Bro. Ich habe keine Ahnung wie. Rechtsklick gedrückt halten und linksklick werfen. Ah. Hier ist die goldene Haare. You're welcome. Ich habe jetzt gerade nur noch eine Sache zu healen. Was machst du? Was machst du? In mir! In mir! In mir! Es ist ein Battle Royale. So ein Mist. Von hinten jetzt auch noch. Ne, von oben auch. Ne, von oben auch. Ne, ciao. Wasser. Aaaaah. Kann ich dich überhaupt... Kann ich dich noch resen? Und mach das hin? Du wurdest angeschlossen. Du kannst jetzt nicht mehr dingsen. Ah, hä? Wie dumm. Hinter dir ist auch einer, ne? Der ist gerade hinter dir. Hm. Links von dir jetzt. Ne, mach das alleine. Du schaffst das. Alter. Warum kann man nicht mehr dingsen, wenn man angeschossen wird? Das ist ja... Weil es nicht so okay wäre. Deswegen solltest du so moving gerade eben. Mit dem Erenjäger. Lass dich nicht hitten. Weißt du noch? Aha. Äh, die rechts von dir haben diese Laserwaffen. Das heißt, die waren auf der Insel und sind wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich glaub, der pusht dich gerade. Nice, gute Hits. Sweezy, gerade nicht. Das war so dämlich. Nice. Let's go! Guter Kill! Der hat Voll-Damage bekommen, weil du ihn in der Luft getroffen hast. Ja, Mann. Geil. Komm, hab mehr, hab mehr, hab mehr. Oh, fahrs voll. Was ist das hier alles für ein Müll? Äh. Neun Kills habt ihr, holy. Alter, true. Let's go, Sired. Macher. Ja, ist gut. Alter, Mann, was ist das denn? Wie mit diesem Eis scheiß, ey. Was ist das für ein dummer Perk? Oh, on top ist was? On top? On top? Oh, ja. Das seh ich, das seh ich. Das seh ich super. Hinter dir. Kriegst du noch den Hill? Du hast jemanden genockt, du hast jemanden genockt. Ja, ich stabil. Wir bleiben drin, vielleicht kriegst du den Kill noch. Für die Punkte. Meinst du? Ja. Lauf der. Nee, das raus. Aber ey, das war eigentlich voll die gute Runde, also. Ey, wir haben gut Damage gemacht. Ich bin jetzt drin, oder? Jetzt sind wir drin. Und jetzt changen wir in, äh, in ohne bauen. Zack. Zack. Dario MVP. Ey, also das war, ich bin jetzt drin. Das war meine beste Runde heute. Ja. Ja. Den Ende mal. Oder willst du noch eine Runde hinterherhängen, weil es so gut lief? Ein paar Punkte wieder reholen. Nee, nee, das passt schon. Ich glaub, es plus mir ist neu. Gute Folge, gute Folge. Oh, ich bin einfach gestorben, weil ich so kurz stehen geblieben bin und so in den Chat geguckt habe. Ah, lucky. Das war dämlich. An, 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 lucky. Jetzt annehmen. Oh, ich bann dich jetzt. Ei, ei, ei. Da fliegen die Fetzen. Es ist so viel auf der Blacklist, aber ihr könntest trotzdem noch so gut doppelt. Let's go. Ja, bei mir doch auch. Auch mit Mod und so. Ja. Mod, Mod. Die Struggles als Streamer. Wie kann man in deine FA? Das ist doch schon mal eine viel schönere Art zu fragen. Ja, find ich auch. Indem man nicht fragt. Nein, wir machen öfter mal Community Games. Dann sag ich euch aber auch Bescheid, dass ihr FA schicken könnt. Dann nehm ich die an und dann zocken wir gemeinsam. Aber nicht jetzt einfach so mitten im Game, wenn wir in die Arena zocken. Ja, ich hab jetzt auch so ein, zwei Anfragen zwischendrin bekommen. Voll nervig, wie groß das eingeblendet wird. Ja, ja. Ist auch voll der Quatsch. Unnormal nervig. Und das ist auch voll, voll lange irgendwie. Und wenn so mehrere Leute gleichzeitig ne Anfrage schicken, dann ist das so untereinander. Hä, warte mal, wir sind in Teams mit auffüllen. Wir sind gerade in random Squads. Was haben wir da für einen Quatsch gemacht? Scheiße. Egal. Wir sind jetzt random Squads ohne, ohne Bauen. Halt. Haben wir halt noch zwei Teammates. Na super. Auf die freue ich mich. Die haben aber kein In-Game, Mike. Ey, wollen wir einfach raus? Ja. Lass das mal alles cool pleasen, ey. Wir üben ein bisschen für den, für den, äh, den Cup, den wir heute Abend anspielen. Das ist glaube ich auch cool. So, was ist das jetzt hier? PlayStation Cup? Ne, kann ja nicht sein. Ne, ne, wird der Cup. Äh. In 4 Hours. Trios, Phil Cup? Ne, Zero Build, Renegade Runner Cup. Mama Benji Fischis Creator Cup? Die Mutter von Benji Fischi ist einfach in Fortnite und macht jetzt nen... Ich geb's so auf. Es ist wirklich... Was ist denn das? War das Skin auch von ihr, oder was? Ich weiß nicht, wie die aussieht. Oh, warte mal. Doch, ich sag's wie es ist. Das sah schon ziemlich ähnlich aus. Ey, ist doch geil. Weißt du doch wie die aussieht? Ich weiß wie die aussieht, ja. Macht die actually auch denn so Streaming oder so? Ja, ja. So wie hier auf der Vater von Anomaly. Ach echt, das ist ja lustig. Ja, ja, die ist komplett, die ist einfach am Fortnite zocken. Die hat, äh, wurde irgendwann mal von ihrem Sohn in so'n, in so'n Cash Cup geholt. Da gibt's so nen Clip. Ach, keine Ahnung. Guck mal, hier ist, hier ist Eren Jäger. Wann spielst du Valorant? Oh, müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Erstmal hier in diesem Dings bauen und dann maybe danach. Je nachdem wie viel Zeit Siren hat und wie viel Bock ich da noch hab. Ich muss auf jeden Fall zwischenzeitlich, bevor wir was machen, muss ich noch 1, 2, 3 Stunden was machen. Ja, ja, also. Dann haben wir's jetzt, ja, bisschen, bisschen können wir noch, aber muss auf jeden Fall noch arbeiten. Ja. Sollen ja auch noch Videos kommen hier, ne? So nämlich. Ja, Output. Output. Oh, das Video gestern, hab ich, hab ich geguckt. Äh, warte. Weiß nicht, ob's gestern war oder vorgestern. Ähm, da waren coole Edits drauf. Hast du, hast du gut gemacht? Ja, danke. Hast du mal neun Edits? Immer mehr Mühe, immer bisschen, bisschen was verbessern. Ja, ja, mit diesem TP dahinter, also. Genau. Slash mäßig. Ja. Ja, hat auch bisschen lange gedauert, ne? Glaub ich dir, ja, wenn man das auch das erste macht, wenn man auch das erste mal wieder macht, ja, ja. Aber das ist eigentlich auch so, das macht, gibt den Videos quasi so diesen Touch, ne? Weil das machen andere halt nicht, die stecken nicht die Arbeit da rein, so. Und es einfach, sieht auch einfach geiler aus, wenn's bisschen professioneller ist. So, wo wollen wir raus eigentlich? Hab ich gepinkt. Ah, okay. Ohne Bauen, Fokus. Ja, let's go. Wie wird Sired ausgesprochen? No. Sired. Ja, oder Zyrat geht auch, I guess. Zyrat geht auch? Ja. Zyrat. Ja, viele sagen Zyrat auch. Echt? So, ist halt dann so eher deutsch, ja, ist halt dann halt deutsch, so, ne? Krass. Also, jeder, obviously, jeder, der, der englisch, englischsprachige, spricht das halt Zyrat obviously aus. Ja. Ja. Oder Leuten, wenn ich mich als Pirate vorstelle auch. Ja, aber jetzt war das halt so, das ist halt so deutsch ausgesprochen. Ich dachte, das war immer so ein Gag, aber das nimmst du einfach so hin. Ja, aber was soll ich machen, so? Am Ende ist auch eigentlich egal, so. Ja, gut. Ich wollte auch immer, dass man nicht Moiti ausführt. Wichtig ist immer nur, dass, wichtig ist, dass die Leute nicht die Buchstaben verdrehen, irgendwie cry it und so, hab ich schon alles ganz oft gehört. Oh, okay. Ja. Ab wann wird man eigentlich YouTube Partner? 1.000 Abos und 4.000 Stunden Watchtime. Ach ja, ganz kurz, wie konntest du eigentlich schon streamen? Du hast jetzt, Glückwunsch übrigens zu den 1.000 Subs, ne? Auf dem kleinen Wartekanal. Alter, danke mal. Hast du vorher eigentlich streamen können? Wie hast du vorher eigentlich streamen können? Man kann doch erst ab 1.000 Subs, oder nicht? Ne, einfach Streamern machen, glaub ich. Also, es ging auf jeden Fall. Ui. Ich dachte, man muss 1.000 Subs haben. Ich glaub nicht. War es TikTok-Ding? Auf TikTok war es auf jeden Fall so. Auf TikTok, ja, ja. Ich dachte, auf YouTube wär es auch so, aber dann hab ich mich da gehört. Hab ich, glaub ich, aber auch gedacht. Beziehungsweise hab ich auch schon oft im Chat gelesen. Ja. Hm. Tja, keine Ahnung. Ja, aber geht auf jeden Fall. Hast du irgendwie, hast du irgendwie deine, deine beiden, alle deine, deine Twitch, äh, deine YouTube-Konten zu so'n, zu so'n Business-Konto zusammengefügt vielleicht? Ne, ne. Ich hab alle E-Mails separat. Ah, okay. Das, das fuckt Jan und so auch immer total ab. Ja. Ist einfach sehr viel angenehmer. Hier ist jemand, der grad mit nem Gleiter jetzt noch ankommt. Gehen wir davon aus, dass der so... elf-Kayla ist, oder so. Nein, ist er nicht. Wie ich das gesagt hab. Ey, wo bist du? Der ist da unten. Ich hab Splashies. Ich will den ein bisschen aus den zwei. Ah, das ist ja auch Zero-Build. Die sind jetzt einfach open. Ja, ist jetzt auch noch Zero-Build. Fuck. Äh. Warte, die sind auch wieder Range-Waffen jetzt total valuable, ne? Äh. Ich hab jetzt grad alles liegen lassen mit Range. Was macht ihr da? Äh. Ich glaub das sind Bots. Ah ja. Einer ist noch dahinten. Hab den Ultra-Hard jetzt gegeben hinterm Stein. Also, weiß ich nicht. Die hier sind jetzt wieder unsere Lobbys. Sooo. So macht's auch Spaß hier. Sooo. Ist auch befriedigend. Mit mobilen Geräten kann man glaube erst ab 1000 Abos streamen. Ah, okay. Okay. Das ist aber eigentlich gut. Find ich. Einfach so. Ist halt gefühlt auch ne kleine Kindersicherung dann, ne? Ja. Ne, find ich auch gut. Auf PC. Was ist das jetzt hier? Ey, ich hab Donnersperre. Auf Casual. Ah, das sind diese, die Donnersperre sind auch aus Attack on Titan. Ja. Gibt's glaub ich so einen Bodenrahmen. Dann explodieren die. Ich kann die einfach werfen und dann explodieren die. Okay. Haben wir nur 6 Schuss insgesamt? Ja. Wahrscheinlich. Ich find's sehr limitiert, I guess. Ja, ich nehm die mal mit erstmal. Können wir uns sicher mal anschauen. Ich glaube, ähm. Ey, was haben wir jetzt hier für ne Taktik in Zero Build? Das ist alles anders, ne? Oh, und keine Maps fahren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ich hab mich jetzt auch schon so dran gewöhnt, ey. Rocket Launcher, ja. Ist echt einfach wie ein Rocket Launcher. Oh, ne Heavy Sniper gibt's in Zero Build. Alter, die will ich. Ich hab extra, ich hab sogar nen Perk gerade bekommen, dass ich einen Sniper Schuss mehr hab. Du kannst die sogar kaufen. Ich hab keinen Schlüssel. Du hast nen Schlüssel im Inventar. Ich hab nen Schlüssel. Mach doch mal auf. Das ist meine. Öffne doch mal. Das ist meine. Öffne doch mal. Die Sonne kommt. Die Sonne kommt. Aber gib mir auch die Munition mal, bitte. Ja, witzlos hier. Oh ja, stimmt. Alter, du hast Dings? Ja, ich hab auch Raketen. Guck mal. Mach ich nen Schwert. Ich kann einfach in der Luft, kann ich damit einfach... Ich mach 70 Explodamage und wenn du Gegner triffst, 10 Damage. Okay. Ja, ist ja eigentlich nicht so gut, ne. Das reicht no Build. Die Leute haben 250 AP, dann ist das echt nicht so viel. Hier gibt's auch so exotische. Ach, wir spielen ja auch gar keinen Rank. Das ist ja jetzt richtig so unranked Dings. So, gib mir die Munition, bitte. Ja, welche Waffen gibt es in Cups dann? Zero Build Cups. Gibt's dann auch ne Heavy Sniper und so? Das sind auch alles andere Waffen oder was? Ach, kacke man. Nein, einfach nur ein bisschen anders. Es gibt ja auch in Unranked, gibt's ja auch andere Waffen als in Ranked. So, Sniper und sowas ist ja nicht drin. Oder hier, du kannst so exotische Waffen auch so automatisch machen. Denke schon. Ich hab ne Oder-Frage gestellt. Der Plan mit dem Heute-Channel. Wolltest du jede Woche ein Video ballern? Ne, ne. Jede Woche, wenn wir da kein Video ballern. Ne, ne. Da, ähm. Wenn ein geiles Video fertig, wenn ein geiles Video fertig ist, laden wir den Zoo und sonst. Da, ist jetzt eher so. Chillumelo. Ist eher Fokus-Kleinweite. Wir haben eins, was prinzipiell fast fertig ist. Müssen wir noch eine Szene für aufnehmen. Wir haben grad irgendwie nicht so Bock drauf. Ne. Also, alles andere ist so. Oh, She broke. She broke der, der auf der Zipline umfährt. Nochmal 19. Ich hätt den getötet. Mit das Neiber. Auf der Zipline. Ich würd den sogar fast pushen. Weiß nicht. Ja, los. Ohne Bild. Nicht competitive. Hier sollten wir doch endlich was reißen, ne. Ach, du hast das Schwert. Ich komm nicht hoch. Ja, aber ich bin nicht hochgekommen. Geh mit der Zipline. Geh mit der Zipline. Der zieht weiter durch. Ich verfolg den. Der geht hier auf diese andere Stadt. Ich seh es. Einer ist oben. Hier ist ein Paketenwerfer für dich. Ja, ich weiß nicht ganz wie ich da hochkommen soll jetzt. Sag ich wie es ist. Ich geh hier mit Ehrenjäger. Ich bin oben. Er ist low. Also nicht low, aber... Ich bin fast dead gewesen. Ich verstehe Mega City nicht. Das geht mir hier alles viel zu schnell. Ja, mir auch. Der ist weit auf der Zipline. Ich bin hinterher noch. Da! Er geht hoch, er geht hoch. Auf das Gebäude? Ja. Er geht weg, er geht weg. Er ist hier. Wir sind so mies am Chasen. Der hat auch gar keinen Bock mehr. Kein Bock auf den. Nein, du musst mir helfen jetzt. Wo ist der denn jetzt? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Er war halt voll in mir. Aber es gibt auch neue Perks dann jetzt. Scharfschütze. Okay, ich brauche einen Sniper. Ich feiere, wie er die ganze Zeit farmt. Naja, das ist ein Battle Royale. Wir brauchen ja auch Waffen. Komm ich da ran? Jo. Hast du Blue Life? Ja. Wo bist du? Du bist ja ganz woanders. Ja, ich pop hier kurz ein Madkit komplett open field. Ich werde angesnipet. Ich hab grad den Sniper angesehen. Nein. Hahaha. Komm her. Nicht hier Resen. Du bist angesnipet. Die sind da oben. Schlecht. Ähm. Warum stream ich eigentlich nicht auf Twitch? Oh, ich hab sehr sehr lange auf Twitch gesehen. Ich will grad mal Test machen, wie es bei YouTube so ist. Sie kommen. Das ist deine Chance. Das ist ohne den. Die sind so am R. Oh, der eine ist dead. Der andere ist da oben. Oh nice. Nicht mit dem Schwertschlangen. Schwert ist schlecht. Schwert ist schlecht. Nicht mit dem Schwertschlangen. Ja, sonst nix. Doch, diese Pumpgun. Die ist gut. Schieß ihn an. Ich bin auf 20 AP. Oh Gott, ey. Wirklich. Hast du die beide geholt? Nein, du musst mich resen. Resen mich, resen mich. Eh, 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 eh. Ist bei mir F. F, F. Ja, ich hab dich erst hoch gehoben. Man muss ja gedrückt halten. Ja, ups. Das war doch auch wild. Ich hab halt nur ne Sniper und ne Shotgun. Sobald ich leer war, war ich leer. Wie? Warum hast du denn keine SMG oder so? Ja, weil ich keine gefunden hab. So geil. So aufgeschmissen. Ich schmeiß die Dinger hier weg. Ich brauch die Heavy Sniper. Ich nehm die. Okay. Hier ist ein Math Kit für dich. Ich brauch Pizza Party. Ganz, ganz dringend brauch ich Pizza Party. Gibt's die hier überhaupt? Nicht, dass ich jetzt hier mein ganzes Gold rauswerfe für die Pizza Party. Ich geh keine Pizza Party. Gibt es die nicht? Ich nehm gleich den Finger scheiß drauf. Kommst du in die Zone? Ja. Ich lass dir das. Ah ne, du hast jetzt auch Eren Jäger, ne? Ja. Hä? Mein Motorrad fährt nicht. Scheiß Teil. Das ist ein Drecks Teil. Material mein ich. Ah ja, ja. Keine Ahnung. Ist halt einfach so doll drinnen, ne? Komm, bisschen Blue Life. Wer Baba? Hier ist, nimm mal das Math Kit. Ja, pop das mal schnell. Du bist nicht ganz in der Zone? Ja, ich will bauen. Ich will bauen. Ich hab acht mal auf bauen gedrückt. Du kannst nicht bauen. Du kannst nicht bauen. Ja, ist mir aufgefallen. Danke dir. Der will den Stein kaputt machen. Ich brauch dringende Hilfe. Ich hab ihn sniped. Ich hab beide, beide sniped, beide sniped. Ja, lass den Close Fight. Lass den Close Fight. Du bist so gut. Du bist so gut. Ich hab die Ultra Hard Hops genommen. Das hättest du aus meiner Perspektive sehen müssen. Ey, wir sind solche Zero Grid Build Spieler. Wir sind so gut, Mann. Ey, ohne Witz, Mann. Das ist unser Modus. Hier, aber hier ist das Ding for real geil. Der Spray. Den versteh ich nicht. Aber du hier im Laufen healen kannst. Ja. Mach ich ganz gut. Ja, okay. Für einen Solo ist vielleicht sogar noch besser, ne. Aber... An sich ist das geil. Ich mag das. Aber ja, auch mit der Sniper auf Close Range und so. Ey, die Combat Shotgun ist auch geil. Gibt's die nicht in Dings Modus? Ähm, doch. Aber, ähm... Hier ist die halt besser. Weil... Ist halt... Besser. Schon echt... Also, wie... Ich sag dir wirklich. Zero Build ist mein Modus. Geil. Kein Scheiß... Dummes rumgebaut. Ey, es gibt richtig Turniere diesen... Diesen Monat irgendwie mit so Preisgeldern immer wieder. Zero Builds. Alter, Geld! Earnings! Ja. Lass... Lass versuchen, ähm... Fortnite Earnings zu holen. Holen. Kann ich meine Twitter-Viewer dann schauen. 1.000. Fortnite Earnings. Sired macht so coole Shorts. True. Big Shoutout. Na, danke. Wie halt bist du? Ich bin 21. Ich hab äh... Zwei Schlüssel. Also... Ich hab auch einen. Ich hab drei sogar. Ey. Wo sind die Lockdinger? Da, wo das Schloss auf der Karte ist, ne. Ja. Ja. Ja, können wir da hin. Will nicht so viel Ehrenjäger verschwenden. Ich schon. Macht Spaß. Das war letztes Mal so leer. Ja, macht auch Spaß. Hä? Also ich spiel jetzt nur Sniper und Shotgun, ne. Weil ich hab durch dieses Perk halt zwei Sniper-Schutz-Shots da dran. Das ist halt geil. Ich auch. Ja, das ist echt heftig. Ich hab halt noch die Pistol dazu. Das glaub ich, wenn du... Das ist halt schon geil, glaub ich. Ähm... Was sagst du gerade? Ich äh... Nur Minis? Ja, und halt diesen Nebel. Ey, schmeiß deinen Nebel dann weg und nimm mal die vier da noch mit. Ja. Cyrus Short-König. So nämlich. So nämlich, Freunde. So. Lass dich auf den Berg hoch. Wir müssen ja hier auch mal Gegner sein. Neun Kills. Let's go. Äh... Ich seh nix. Siehst du wen? Mhm. Oh, die Insel ist gespawnt. Wollen wir zu der Insel? Ich spawnte erst später. Ja. Die spawnt immer mit dem Laufe des Games. Und da ist dann diese OP-Waffe drauf. Ja, weiß nicht, ob ich so Bock auf die hab. Zu spät. Geh'n jetzt hin. Ne, Schüsse hier von rechts. Lass' hier hin. Zu den Schüsse. Vor mir. Ja, vor mir, vor mir. Ja, ist links. Ja, nice. Ja, nice. Der andere hat nen Headshot. Einer ist noch unten im Wasser. Das sind Bots, oder? Ja. Keine Ahnung. Chillig. Ja, wir sind crack. Hä, ist bei mir noch jemand? Ja, war unter uns irgendwie. Keine Ahnung. Hab ich gekillt. Hier ist ein Ehrenjäger noch neuer. Perfekt. So. Oh, ist noch jemand an der Zip-Line? Vor uns auf der Insel, an der Zip-Line. Okay. Headshot. Na ja. Sehr gut. Alter, so leicht ist der Herr nachher nicht. Das ist jetzt kein gutes Training. Nee. Ist ja echt zu leicht leider. Aber wir machen das einfach mit den anderen Gegnern dann genauso. Ja. Wenn's ohne Herr wird, dann... Wir müssen nur... Was wir lernen müssen, ist dieses... Ah, jemand schießt auf mich, jemand schießt auf mich, jemand schießt auf mich. Was soll? Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich will bauen. Müsste nicht bauen einfach. Müsste nicht bauen einfach. Ja. Ich weiß nicht, was für ne Waffel er hat, aber bin ich weggelasert. Ich bin so gut mit dieser Pumpkan. Was ist passiert? Ich bin nicht so gut mit dieser Pumpkan. Ich bin so schnell Gebäude kaputt und dann haben die Leute keine Deckung mehr. Weißt du? Ich verstehe. Das ist essentiell. Lass versuchen auf die Insel zu gehen. Äh... 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 Oh man. Ich kann eigentlich nicht sprechen. Das ist geistkrank. Ich hab letztens mein allererstes Turnier gespielt, ne? Mieses mal bekommen. Hast du? Äh... 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 Sorry, musst du lernen. Ibo, also für lernen musst du dich nicht entschuldigen. Sorry, dass ich gestreamt hab, während du lernst. Geil. Shoutout. Die Preise des Cups an. Oh. Ja, mach ich nach der Runde dann. Am Sonntag ist NoBuild Cash Cup im Trio-Modus. Okay, dann brauchen wir noch einen. Jakob noch dazu. Yeah. Der reitet auf dem Rocket League. Äh... Auf einem Rocket League Auto. Warum macht der das? Alter! Ist hier dieser, den alle haben wollen, ne? Ah ne, ist der Standard. Ist auch lustig Rocket League. Was... Was gab's da? Da konnte man einfach Rocket League Autos in Fortnite fahren, ne? Mit den selben Mechanics wie aus Rocket League. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nur auf TikTok paar Sachen gesehen, so. Dieser Skin Cup im Solo Cup? Duo. Ja. Den zocken wir heute. Eigentlich kann ich da den Stream auch wieder anmachen, Chat. Wenn ihr Bock habt. Im Prinzip hätte ich jetzt den einfach off-stream gemacht, aber ich kann den auch einfach on-stream mit euch zusammen. Dann könnt ihr uns ein paar Tipps geben. Und uns auch einfach anfeuern. Das glaub ich geil. Ja. True. Auch Turniere glaub ich echt beliebt so zu streamen, weil es einfach unterhaltsam ist, wenn Leute halt... Ja. Wenn's quasi Steaks da sind, weißt du? Ja. Lass da hin. Keine Essence Steaks. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Belohnung? Ja. Ja. Dann halt quasi was... Dann halt quasi was... Dann halt quasi was dafür... Mann, jetzt wollte ich schon wieder was eigentlich sagen. When there's something on the line. Weißt du? Wenn's halt um was geht. So, jetzt hab ich's. Ja, wenn's ne Belohnung gibt. Ja. Es geht um was. Es geht um was, ja. Um Skin. Yeah. Es gibt Punkte. Heute ist es um Skin. Wir machen uns jetzt reich. Nee, Sonntag machen wir uns reich. Sonntag machen wir uns reich. Sonntag machen wir uns reich. Reich machen mit den ganzen Homies. Wo landen wir? Ich land hier in nem Fort Tower. Und versuche währenddessen den ein oder anderen einen Slab mitzugeben und den gar nicht erst landen zu lassen, wenn du verstehst, was ich mein. Sollte sich da was reimen? Äh, nein, aber der Typ hier ist, äh, tot einfach. Der wird jetzt einfach sterben. Schade für ihn. Wirklich. Ja, nimm ihn mit. Wir tanzen um ihn. Mach auch Video, bitte. Natürlich gibt's halt so ein Video. Ah, CC. Was sind wir denn hier? Oh? A chest. A super magical one. A heavy sniper. Oh, that's great. That's grateful. Oh my god. I got a super heavy super sniper for you. Also. You can pick it up. I take it. Yeah, you will, äh, very, äh, good job. Have a great game. Üben wir nochmal. Jo. Oh, das... Hä? Zweifach mit dem einen? Ich beschissen. Hä? Hä? Warum wurde die grau ange... Ach, die war wahrscheinlich einfach von dem Schimmer, also blau. Ja. Oh, die copy ich mir einfach. Weiß. Ich hab nen Schildsprengler. Macher. Ich hab mir einfach meinen ganzen Loot jetzt zusammen gekauft. So. Per to win. Oh ja, wollen wir den Schildsprengler zusammen nehmen? Unten bei der... Bei dem links? Blauer SMG für dich. Können die Flagge einnehmen und dabei ein bisschen duschen gemeinsam. Warte mal, wenn wir Schildsprengler nehmen, popp' ich das mal mitkette dabei. Bisschen Schmeiber-Armonie. Koffe? Ja, komm ran. Oh, ich will hier nicht sterbe, hier runterfalle. Komm ich hier runter ohne zu sterben? Hab die Hälfte gedroppt. Ich möchte Finger. Dankeschön. Komm ran, werf mal deinen Schildsprengler. Oh, ich hab wieder das mit dem extra Magazin. Das ist geil für die Sniper. Hä? Ich hab aus Versehen die SMG mitgenommen anstatt meinen Links. Hast du dir jetzt die genommen? Okay, okay. Ja. Die Munition. Nö, die... Die... Slurpees. Achso. Ja, die kannst du haben. Nö, nö. Behalt du. Oh. Oh. Nein, nein, nicht mehr. Oh. Ich dachte, die kann man auch... Na hör mal. Da muss man ja erstmal wissen. Wissen probieren. Nein. Oh, Manu. Ihr habt die wieder gedroppt. Jo, ich danke dir. Toll. Hier, nö. Warte, ich kann... Hol dir die grüne lieber. Weißt du? Diese grüne Schrotflinte. Komm mal mit. Komm mal mit. Kampfschrotflinte hab ich hier hinten gekauft gehabt. Wie so ein Shield-Sprengler. Was ist das für ein Item? Taschenbunker? Oh, sowas ist gut für No Build. Ein Taschenbunker. So was brauchen wir. Meinst du? Ja, genau. Dann können wir uns einfach eine Festung bauen automatisch. Das ist wie... Ja, schon. Ist das geil? Ja, ja, klar. Also zu 100%. Das brauchen wir so fürs Late Game. Du musst am Ende halt... Hä? Ich hab die hier eigentlich... Ich hab die gerade schon genommen. Ach. Rune Pumpkan meinst du? Ja, ja, genau. Ja, die hab ich. Okay. Dann lass mal gehen hier. Nicht so geilen Loot bisher, ehrlich gesagt. Ich bin ganz gut dabei. Hier sind noch zwei Taschenfestungen. Wir bleiben erstmal bei zwei und können wir die langsamer ausprobieren. Boah du, ich glaub ich mag die Combat Shotgun mehr als die Haywalk oder was das. Ja, ja, glaub ich... Knall du. Glaub ich dir in... Ohne bauen meinst du? Ja. Mal gucken wie die Taschenfestung aufgebaut ist. Der Motorrad? Wir rüberfahren. Ist einfach eine Box, okay. Da kann man halt gut runter rum spielen und wir können uns in der... Vercampen, weißt du? In so einem Late Game. Das ist schon wichtig. Also willst du jetzt schon mitnehmen lieber? Sag's doch. Ja, auch... Jetzt schon so spielen, als wär's ein Tournament, weißt du? Okay. Um das Mindset zu getten. In jemand? Dieser Typ spawnt. Den müssen wir töten, dann kriegen wir die guten Waffen. Weißt du, da wo grad das Rift ist. Den Tüten müssen wir töten. Okay. Dann los. Gib den großen Mann... Den großen Mann mit der guten Waffe einen Headshot. Mit der Heavy Sniper einfach. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Ja, ich bin irgendwie falsch geflogen. Ich bin auf dem Stein geflogen. Okay. Nass einfach Double Headshot und dann... Drei. Warte. Ich muss ihn noch treffen. Drei, zwei, eins, go. Ja, der hat... Der hat dann zu weit zur Seite geguckt. Und ich konnte ihn nicht töten. Hast du ihn nicht getroffen? Nein, der hat... Der ist zusammengezuckt wegen dir. Ach so. Okay. Komm. Sogar tatsächlich Sinn. Zack, zack, zack. Holen wir. Oh, ich hab ein... Saufschütze. Oh, brauche ich aber glaube ich nicht für die Dings. Lootone brauche ich auch nicht. Mal eine Moditionsrutsche. Ich mach den auf. Da kommen wir jetzt nur mit dem Schlüssel von dem Dude kommen wir hier rein, ne? Genau, genau. Und hier ist halt OP Loot. Wir können die Dinger jetzt nicht alle noch kaputt machen. Denk an die Schlau... Diese Saufsäfte Dinger da. Gibt's die mystische Havoc hier nicht? Oh doch, hier. Ja, die Goldäpfel bitte. Was ist mystisch? Was macht der Unterschied? Ist einfach noch viel besser. Die One pumpt. Wenn du der richtig in den Kopf verlass, sind die tot. Okay, ich hab zwei von diesen Taschenfestungen eingepackt. Lass mal los. Ja, ich wollt grad sagen, die steckst du, ne? Ja, ich nehm mal zwei mit. Es gibt scheinbar diese... Diese... Blauen Dinger nicht mehr. Brauchst keine Metzfarben. Hier ist Gold. Ja, brauchst du auch nicht. Diese Schildbubble, die gibt's scheinbar nicht mehr. Okay. Dementsprechend... Hast du ein Schwert? Ja, ich hab ein Schwert. Ah, okay, okay. Mit zwei? Ne, mit drei sogar. Geil. Lina ist... Zack. Zack. Ich hab nix zum Move. Zack. Ja, ich mach langsam noch. Ja, ja, kein Schuss. Ähm... Wir haben noch Leute aufgedeckt. Die sind aber echt weit weg. Gut, durch... durchgestartet. Du, Cup mit oder ohne Bauen, weil im Cup kann man entscheiden, ob man mitbauen oder spielt oder... Bild bitte, antworte bitte. Das einfach stumpf mitgelesen hab. Ähm... Ich dachte schon so, die Frage ist auch klar, antworte doch einfach. Und dann am Ende noch dieses, bitte antworte. Bitte. Bitte. Äh... Wir zocken ohne Bild. Ohne Bild. Boah, sonst kriegen wir noch mehr aufs Maul. Aber so... So haben wir ne Chance. Ich sag's dir ehrlich. Also die werden auch krank sein, ne? Wenn du bei so nem Turnier mitspielst, dann... Ja, ja. Außer man weißt so wie wir. Auch dieses Endzone. Und dein Aber. Ich glaub. Ja, ich glaub das wird's. Wir müssen ähm... Berge ausnutzen, gut rotieren und solche Deckungen hier im Late Game sind Gold wert, weißt du? Wenn du hier von links safe bist. Und deswegen auch diese Taschenfestungen im Late Game. Ahnst du? Ja. Ne, safe. Äh... Lass einfach geradeaus weiter Richtung... Richtung Zone. Ähm... Wir müssen ordentlich moving. Ich hab ja keine Utility. Äh... Lass zur Tankstelle. Hier rechts. Dann können wir uns da ein Auto schnappen. Äh... Das ist ein großes sogar. Mit so Dings Autos. Und ich kann mir noch ein Perk kaufen. Vielleicht ist da ein Schwert in dem... Wenn ihr mal... Ey, ich glaube... Also Heavy Sniper gut und so. Aber ich glaube es ist wirklich sinnvoll, wenn nur einer einer Heavy Sniper spielt. I guess, ja. Weil es ist einfach... Ähm... Ja, müssen wir... Oh. Ich schüsse. Ja. Auch auf den Berg. Ich geh hoch. Ich versuch den abzusnipen. Er läuft runter. Er läuft da lang. Ich hab gemisst. Hab dir einen guten Hedgehog gegeben? Ich hab 29 nur. Äh... Ich komm da nicht hoch den Berg, ne? Du bist komplett alleine. Das darfst du so nicht spielen. Ja, ich bin down. War kein Bot. Aber ich spring hier runter. Dann kannst du... Er ist dann relativ safe. Okay. Die haben zwei... Ich dachte, du kannst irgendwie... Irgendwie auch hochkommen. Aber ist okay. Ich bin erstmal safe. Alter, guck mal was ich grad für einen Vorteil mit diesem... Mit dieser Festung geholt hab. Alter. Geil. Die sliden. Die haben auch Messer. Äh... Ja. Schaff so. Hast du den? Ja. Pop-Man Schlöp-Saft. Ich hab noch 40. Okay. Der wird jetzt gleich auf mich snipen wollen. Der hält hier gleich. Und dann snipe ich ihn. Okay. Muss mich reviven. Ey, bitte stirbt doch jetzt. Muss Siren retten. Nein. Du nicht. Oh, noch einer hinter mir. Wir haben angestorben. Ich mach dein Schwert. Ja, nimm. Da kommt einer. Ich hab deine Karte, ne? Ja. Hier kannst du. Oh. 400 Meter. Das ist direkt in die Richtung von dem Gegner. Sehen auch gleich noch töten. Ist doch super. Ja, dachte ich auch gerade. Ne? Ey, ich will den in dem haben. So. Besseres Movement. Top. Ich hab jetzt auch nur noch einen Goldapfel. Ich hab voll den Goldapfel nicht mitgenommen. Den anderen. Stimmt nicht. Ich hab den gepoppt. Oh, ich will wieder bauen, Mann. Ich seh es nicht. Wo sind sie? Okay. Mh. Ey, die Festung war richtig gut. Die hatten mir komplett in den Arsch gerettet. Ja, das war echt geil. Ja. Ich sag's jetzt, als ich pop den Goldapfel. Safe. Ich hab ihn gesehen. Toll. Jetzt hab ich auf safe den Goldapfel gewoppt. Mh. 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 Okay. Ja, welcome back. Ich hoffe ich krieg keinen Heavy-Snipe. Hier rebooten. Das ist auch viel riskanter einfach. Da oben ist eine goldene Kiste. Flieg mal direkt auf den Berg. Flieg mal direkt auf den Berg. Oh, schaffe ich es ja. Ne Goldene? Achso, ne epische Kranke. Oder war ne SMG drinnen, Goldner. Mehr oder weniger, gut. Goldner SMG, dann hole ich dir hier ne Pump mit. Wo bist du, wo bist du? Ja, da. Oh, wenn du zu mir kommen könntest, wäre auch cool. Ja. Ich splitte dir Metz und alles. Äh. Also alles außer Metz halt. Dann kannst du hier noch. Metz und alles außer Metz. Geil. Weiter geht's. Äh. Was hast du mir hier noch gedroppt? Warte. Kampfskrotflint habe ich dir dann gedroppt. Ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht. Bisschen weiter oben dann schon mal. Ah doch, hab die. Okay, jetzt hab. Hier ist ein Strudel, geh rein. Ah, mit deinem Flugzeug so rein. Folgt das Motorrad. Oh, warte. Guck mal, was brauchst du, was soll ich dir da unten kaufen? Was soll ich dir kaufen? Sag mal, was du brauchst. Wo, wo, wo? Einfach irgendwas. Heavy Sniper? Rage oder Shotgun? Goldene Shotgun. Goldene Shotgun. Ja, ja, gib. Wo sie dir? Danke. Schnapp sie dir großer. Jawoll. Ich bin schon halb auf die Paris-Tour. Oh. Wenn du mit meiner Mom mein neues Fahrrad geholt. Oh, willst du nach Paris fahren mit dem Fahrrad? Geil. Wenn ich das richtig raff jetzt. War sehr geister, Bro. Gehst du zu TwitchCon, Malte? Ne. Ich weiß gar nicht, was das ist. Schüsse close. Ja, ich seh. Bei mir, bei mir ist er close. Ja, ich bin aber nicht auf dem Berg, Bro. Kurz warten. Ich hab kein Movement. Vergiss es nicht. Ich hab auch keine Leben. Ich heil mich kurz, Bro. Er ist hinter dem Stein. Oh, warte. Ich snipe den Stein kaputt. Ah ne, er ist da hinten weiter. Wollen wir den weiter... Sage? Äh, äh. Ja, lass den auf jeden Fall. Lass auf jeden Fall hinterher. Ich weiß, ich geh ein bisschen vor. Ich weiß. Ich muss eigentlich heilen. Er steht broke? Ja, Snog. Snog. Er hat ein Schwert, deswegen. Ich würde ein Schwert für dich haben. Nice. Und ein Heavy Sniper. Und... Ganz komischen... Er hat auf jeden Fall guten Hut für dich. Schnapp dir eh was. Alter, ist das ne Combat Shotgun? Ja, ja, ja. Ne, 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 ne. Ne goldene. Ne goldene. Hier, hier, hier. Ach, da. Oh ja, wie toll. Oh, Alter. Hier liegt irgendwie so ne... Erbeutete Beschleunigung. So ne exotische Schrotflinte. Die kenn ich nicht. Hast du den anderen Dude gekillt? Oder gammelt der hier noch rum? Ne, ne. Es war einer. Einer. Ich hab nur den einen gesehen. All in all. All in all. Saksa. Aber ich glaub, der wird hier auch irgendwo rumpimmeln. Hasted Elect, was ist das denn? Ist die geil? Ich kenn die nicht, kenn die nicht. Krasse. Du hast schon ne Heavy Sniper? Ja, mit meinem Bruder und noch nem Homie von ihm. Geil, sehr cool. Hast du schon ne Heavy Sniper? Ich hab Big Loot. Also soll ich keine Heavy Sniper mitnehmen? Okay. Ja. Also du hast grad keinen... Hast du gespielt. Nimm sie mit. Nimm sie mit. Aber wir bräuchten ne Festung vielleicht nochmal. Hab ich nicht. Gab's nicht. Gibt's nicht. Ich kann hier nochmal was kaufen. Weißt du was? Schwert? Shotgun? AR? AR und Range? Ne, ne, ne. Rotpunkt. Oh ne, wir müssen die Sonne. Geil. Läuft doch. Läuft doch. Ja, lass mal mehr auf Berge und so achten. Müß mit dem Berg spielen. Auf jeden Fall Berg hoch. Mhm. Ich hab nur zwei Charges in meinem Knife. Okay. Sag immer Knife. Wir nennen das ja ab sofort Knife. Jaja. Hier kommt einer hoch mit ner Siblingbahn. Den können wir hier gleich... Versuch auf Pump und dann Close Range. Der wird hier hinter dem Stein schimmeln. Er läuft hier vorne. 26, 26, 100, 100. Ja, also der hat sich ja nicht mehr so am Bot. Okay, sorry, was du den jetzt so fertig machen musst. Der hat locker einfach richtig versucht wegzurennen. Muss nur so weg... Ich glaub nicht, dass das ein Bot war. War kein Bot. Ne, das war kein Bot. Der hatte ja auch so eine Schlürfsefte. Zwei Schlürfsefe. Ne, also das war kein Bot auf jeden Fall. Und der war nur Nock. Das heißt, der hat noch ein Maid irgendwo. Maybe... Die Insel ist hier voll close. Können wir da rauf? Lass doch mal einmal... 20 Sekunden. Lass mal gucken, ob da noch Loot ist. Einmal mit dem Schwer zu rüberhampeln. Okay. Ja. Also ich mein... Was da noch Loot ist, ey. Komplett bestes Loadout, oder? Ich wär hier ne Kisse zumindest. Ist schon eingenommen. Ne, ne. Also die Flagge... Was soll denn der Scheiß? Lass hier weg. Achtung, was umkommt. Mach Win. Machen wir. Lass irgendwie auf den Berg, oder so. Das ist kein richtiger Berg. Ist das Ding in der Zone? Nein. Ist das Gebäude in der Zone? Ja. Wir könnten irgendwie auf das andere Gebäude da hinten rauf. Ich glaub das ist smart. Kann man das machen? Auf das große Gebäude da hinten? Siehst du? Ganz große. Da, da sind zwei Gegner. Ja, ich seh den. Der hat ne Sniper. Lass dich von dem nicht snipen. Du stehst still. Oh, die Zone. Ja. Ja lass bisschen links rummoven. Sieben Leute noch. Die haben Info auf uns. Wir haben Info auf die. Das heißt drei noch über. Schüsse von links auf irgendwas. Links unten. Ja. Da irgendwo. Headshot. Einer Knock. Links. Closed. Der war aber auch irgendwie ein Bot oder so. Lass noch mal einen weitermogen. Nix jemand. Direkt bei mir. Oh mein Gott. Die haben hinter... Ja geht nicht. Die haben hinter der... Das war Dr. Strange der Notensohn. Die haben hinter der Wand einfach gecampt. Wart mal. Oh. Das passiert mir so aus. Die haben halt diese Laserwaffe. Sind nicht mehr viele. Ich push die ne. Drei Leute. Ja jetzt pushen. Boah. So doll zweiter gewonnen. Schade. Aber war eigentlich echt ne gute Runde. Es war auch seine Runde. Hallo. Äh. Ich hab die ganze Zeit versucht zu bauen am Ende. Äh. 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 Der hatte so ne exotische ähm. Ähm. MP irgendwie. I don't know. So ne P90. Ja ey. Aber gute Runde. Wenn das im Cup so läuft. Ey richtig gut. Also. Zwei halt auch viele Bots ne. Aber ich sag dir ehrlich. Zero Build liegt uns eher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mir sowieso. Du bist ja jetzt auch nicht der absolute Crack. Crack Bauer so. Ne 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 ne. Das halt passt. Das glaube ich schon. Na ich glaube. Ich glaube da können wir schon. Gute Kombi sein. Mit so ein bisschen. Fokus. Rihanna Grande. Gibt es im Shop gerade. Geil. Hm. Ich krieg grad nen. Ich hab ich noch nie. Snap Blade. Okay. Ah. Das ist wegen Partner jetzt. Alter. Man klickt ja auch noch. Äh. Man klickt jetzt einfach noch viel mehr Info. Zu Sachen. Als vorher. Geil. Okay. Was sind die Preisgelder in den Cups? So. Das mach ich jetzt erstmal Pause. Welchen Cup müssen wir nachher spielen? Trio. Null bauen. Das ist doch locker der hier. Und dann kriegt man den. Cup ne. Deswegen ist der hier auch zweimal. Der Cup wird das sein. Die besten Spieler in jeder Region gewinnen das. Ja. Outfit. Marathon. Maro. Die ist voll scheiß Outfit. Und dann verkaufen wir unsere Fortnite Accounts. Du ist. Du ist. Du ist. Du. Du musst die mindestens 16 Punkte erhalten haben. Okay. Was muss man machen um 16 Punkte zu bekommen? Das klingt ja leicht. Das wird nicht angezeigt. Dann wird's leicht. Aber in vier Tagen bekommt man doch erst Geld. Warte mal. Ja. In vier Tagen haben wir irgendwie einen anderen. Hier. Diesen. Diesen Cash Cup hier zu dritt glaube ich. Das ist der. Und der ist ohne Bauen. Ne. Den zocken wir dann in ein paar Tagen. Irgendwie sowas. Ja der. Ja. Okay. Du bist in einem Match. Geh da mal ganz schnell raus. Sired. Hä? Ich bin in keinem Match. Wo bin ich denn hier? Geh da mal ganz laut raus. Da. Siehst du die Punkte? Bei dem anderen siehst du die Punkte? Okay. Ich geh rauf. Turnierdetails. Okay. Okay. Man braucht nur 16 Punkte? Wie viele Games kann man denn spielen? Das steht wiederum nicht hier. Das ist ein Scheiß. Oder hat man unendlich Games? Nee. Hast du deine Zwei-Faktor-Authentifizierung an? Oh. Äh. Fortnite. Bei Fortnite? Ja. Bei Epic. Ja. Das ist gut. Brauchen wir das? Ja, ja. Okay. Ja, aber dann 16 Punkte. Das ist ja ein Game mal, ähm, keine Ahnung, Zehnter werden oder so. Das kann ja nicht richtig sein. Kriegt ja jeder den hinterhergewürfen. Ist heute ein Solo Cup? Ich glaub nicht. Also ich hab nicht so den Plan davon. Ist jetzt das erste Mal, dass wir irgendwie einen Cup spielen wollen. Ähm. Aber ein Trio Cup gibt's auf jeden Fall. Ne, ein Duo Cup gibt's auf jeden Fall. Entbauen und nicht bauen. Für Fortnite. Den Skin bekommen die Besten in Europa. Ja, aber das stand... 16 Punkte muss man haben für den Skin. Glaub, das ist einfach nur reingeschrieben. Wenn man mal so... Wow, die Besten Leute kriegen das und... also ich glaube ich glaube wir werden schon echt viele kriegen so wie das aussieht wo willst du raus und direkt wieder am anfang hier ist hierhin für den tredo auch unter ja ja ich bin noch nicht so alt du hast echt in der pubertät du hast echt wirklich dein leben lag irgendwie voice quakes okay 16 punkte ist schon bei mir okay ich glaube wir zocken heute kein velo mehr ich glaube wir werden jetzt bald irgendwann stream ausmachen und dann nachher noch mal ein stream anmachen und dann den cup zocken oh hier ist eine gute chest vor allem viele leute man ich land hier weiß nicht was hier ist bei mir ist auch einer kein problem nein nein ich töte ihn für dich habe ihn sehr gut ich habe eine pump für dich wenn du magst ich habe auch ich habe auch eine ich gehe weiter ich habe nur jetzt rasieren wir richtig durch warte mal wollen wir bei dem big pot taken kurz da ist noch eine seltene chest alter nee das ist die die ich gerade aufgemacht habe ja warum wird die mir noch wird mir noch angezeigt vor mir ein gegner close 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 hinter der headshot so einen headshot gefressen das war böse sag ich wie es ist thunderspears die sind nicht so geil meines so ne diese nee ich mag die nicht die sind halt wie raketen oh ich habe den gleiter einfach liegt hier auf dem boden geil bei den rn jäger dings so hier oben ist was ja ich komm muss erstmal hinkommen ja ich werde schon mal reingehen perfekt gute grundvoraussetzung der steppt hier close bei mir hier unten in der corner ist hoch mit dem schwert 26 nur läuft weg ist hier in die richtung zwei leute zwei leute ja direkt aus 60 alter muss den kill ok gut ich habe keine smg ammo mehr der andere der wirft gnaden ich habe keine smg mehr ja unlucky oh der hat ich wollte mir schon sagen ey wie hat er mich gekillt der hat mich mit einer legendary haybok pump gekillt ja ok 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 wir waren auch zu weit auseinander irgendwie ich bin auch nicht hoch gekommen ich hatte keine smg ich glaube sonst hätten wir das geholt sag ich wie ist das dann hätte ich den anderen früher töten können aber ich musste so dreimal nerf mit der punk alles wegen secret franco unfassbar raw auf dem mann achso nur aber wegen twitchcon der twitchcon ist halt einfach ne äh halt literally ne convention für twitch da wo alle so die ganzen streamer hingehen und so da so treffen da sind so aussteller und so wo ist denn das das ist in paris wow paris wann sommer monsieur ja ist im sommer äh 8er 9er juli sind die beiden sachen juli warte mal ey ich glaube nicht ok also ist irgendwie auch weiß nicht wer dann nochmal im flug ja ist voll teuer wir haben auch ich habe auch gestern alles gebucht wir haben über 2.000 euro glaube ich bezahlt ne 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 zu zweit aber für zwei personen halt ne ja klar Tickets und hotel und auch noch mehrere also vorher noch zwei tage hotel ja und einen tag danach dass wir noch ein bisschen in paris chillen können und so aber ist noch teuer und die tickets selber kosten auch für zwei tage nur für die twitchcon 125 euro so ganz schön viel finde ich irgendwie ehrlich gesagt du bist irgendwie im match ne ich weiß nicht wo du bist ne ich habe einfach bereit gemacht achso du bist zurück in die lobby ne ja man kann äh den Dings zock ja machen wir ja sonst nie irgendwie zwei tagesticket 115 euro ja das ne ne da bin ich raus apik ja ist ultra teuer aber es äh also ich finde es halt super wichtig zum zum irgendwie äh Leute kennenlernen und so ja das das hat gar nicht gemacht also ich geh nur dafür und ich geh nicht dahin um irgendwie i guess die tutsch ich war letztes Jahr da mit der Arbeit halt ne mit Level ja es war cool so es gab halt Aussteller war quasi so ne mini mini Gamescom und eher auf Streaming fokussiert als auf Gaming only weißt du ja es waren da auch so Streamlabs und so es war schon cool so die Aussteller an sich auch aber das war jetzt nicht so worth da hinzufahren das war in Amsterdam ähm aber halt einfach weil da ne einfach weil da richtig viele weil da richtig viele Leute glaube ich sind so zum zum Networken ja ja schon wichtig ja aber dafür jetzt irgendwie 2k zu blechen ja deshalb ne ist halt plus noch mehr oder weniger Urlaub dann halt in Paris ja ja auch safe bestimmt doch schon wir haben auch deshalb deshalb halt auch ein schönes Hotel geholt mit so Pool und Spa und so wo man dann auch im Hotel einfach ja wo man im Hotel halt einfach auch eine gute Zeit haben kann weißt du ja 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 schon geil ja ne ich freue mich schon drauf es wird ja es wird auf jeden Fall wie gesagt einfach für die für diese Kontakte und äh dann noch Paris Urlaub ich weiß ich wollte grad sagen ich war noch nie in Paris aber war ich schon actually bin ich halt in der Tour durchgefahren ja aber ja gut ich hab halt nicht so viel gesehen ne es ist echt groß Paris ist echt riesig ja es ist halt eine riesige Großstadt wie Berlin halt ja 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 ich find Paris und Berlin sind ziemlich even echt? ja ich war noch nicht da ich bin jetzt erstmal wollen wir slappy? ja ich find die haben irgendwie äh die haben richtig Ähnlichkeiten mhm ne Berlin ist besser kannst du jetzt schon sagen ich mag Berlin sehr also immer noch ich für weiss nicht ja das Wetter ist halt kacke wär Berlin hier so würde ich da bestimmt auch mal irgendwie äh für ein, zwei Jahre drin wohnen aber ich bin echt glaub ich lieber bisschen außerhalb wo mich hier keiner abfuckt haha schön meine Ruhe keine Nachbarn hier ein Stier im Garten toll bist du irgendwie bei mir gelandet oder ganz woanders? boah gar kein Plan man ich glaub woanders ich glaub woanders aber nicht ganz woanders ok ich komm zu dir die Betten sehen aus wie bei Roblox kommt jemand an? steppt was? wo ist der andere? direkt den Mate den weiteren Kill wo ist er? wo ist er? zeig dich! seh nicht boah so ne goldene Waffe so gut hm mich da rein zu quetschen wo möchtest du äh wo rein quetschen meinst du? super in diese in diese äh TwitchCon allgemein oder was? Steprock bestimmt so TwitchCon ähm weißt du nicht? glaub nicht nee glaub ich auch gar nicht so viele äh so viele Viewer ehrlich gesagt die dann kommen ich würd sagen wirklich so 50% sind Streamer schon ok das prinzipiell ist der cool aus das Gefühl oh und ein Gegner von mir ja zwei Gegner komplettes Team so gut aufgeschossen machst du von hinten Action jetzt? hmmm kann ich machen ne die fang weg die fang weg ich hab nur ne AR down ey wirklich das ist echt dann lucky das ist schon blick alter unlucky ich hatte auch nur ne AR ne und ne DMR also ich hab nur Scoped Sachen gehabt das ist John Rick mit Gurken Rick auf dem auf dem Rücken einfach ne geh da nicht hin zu viele Leute ja dachte ich mir rausgegangen ne ok ich mach äh geh kurz aufs Klo jo so next round wir müssen jetzt mal hier wieder eine Runde gewinnen wir müssen hier mal wieder kurz den Fokus bewahren und ein Schlückchen trinken ah hokus fokus gewinnen ey ich sag's wie es ist diese Season hätte ich mir echt mal den Pass holen können so viel wie ich zock aber mich interessiert halt echt kein Skin davon ne ich will da keinen von haben ihren Jäger ist mir komplett egal den kenn ich nicht die interessiert mich nicht Rezo will ich auch nicht haben ich hab hier meine paar Skins die ich cool find fertig ich war einmal drin direkt dead unglücklich sag ich da kann ich mitspielen Gobi wir zocken Duo heute auch wir zocken nachher ein Duo Cup dementsprechend üben wir jetzt hier grad ein bisschen null bauen bisschen wieder in das in die Game Mechanic ohne bauen reinkommen ok top aber ich hoffe dir geht's gut man ba da 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 16 Punkte ist ein Ladebildschirm wie viele Punkte braucht man für den Skin also für den für den Skin nachher falls ihr einen Huhn seht bin ich das maybe ok dann werde ich das Hops nehmen Pistol aim zack 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 da hinten war noch einer nein da ist keiner zack 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 beice zack 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 vorbeizulaufen. Vielleicht war da die Zone. Okay. Das ist schon möglich. Ja, aber eher unmöglich, dass wir so lange überleben. Dass die Zone bis dahin geht. Das ein Team kommt mit zur Brechwasserbucht. Doch, jetzt sind wir schon mal gelandet, oder? Sieht einfach gleich aus. Ich glaube, wir sind hier schon mal gelacht. Also ich lande hier schon manchmal. Okay, scheinbar landest du nicht bei der Brechwasserbucht, sondern beim Vorraum. Bei der Brechwasserbrust bin ich gelandet. Oh, ich habe ein Schwert. Ich habe gar nichts. Schwert AR und ein Schild Dings. Richtig gute First Chest. Fliegt noch einer. Einer ist in der Luft. Ich habe eine Shield Bubble. Ja. Nice. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Wir waren nur so zweimal gestiegen. Zurück in die Lobby. Ja, das Schwert ist irgendwie kacke, oder? Ja. Wenn es durchgehend schlagen würde, wäre das geil. Aber es macht halt zwei, eins, zwei und dann fliegt er weg und dann hast du Delay. Ja. Das ist schon kacke. Oh, ich habe einen Schlüssel. Das ist sehr nice. Zwei Porte Banker. Was? Ja, die Dinger. Ja. Ja. Ich habe den. Man muss top 1400 werden, um den Skin zu gewinnen. Das schaffen wir. 1400 schaffen wir halt safe. Kann ich noch mehr davon stacken? Ne, immer nur zwei. Hier steppt jemand vor mir. Ja, der ist aber ein bisschen dämlich. Na, aber wahrscheinlich wieder ein Bot. Das ist nur so schlecht einzuschätzen, man. Ob die Leute dämlich sind oder ein Bot. Ja. Hier unten steppt einer. Cool. Der campt er. Da hat mir glaube ich keinen Bock. Also würde hier keinen Bock drunter campen oder? Ne, ne. Der war einfach kacke. Das war der Mate von dem, von dem einen, den wir gerade gekillt haben. Zwei Bunker immer noch. Okay. Geil. Muss den Bunker werfen. Echt außen rumlaufen. Äh, ne. Scheiß. Ah, ich habe voll das Schwert gehabt. Ich hätte einfach hochboarden können. Ja. Dulli. Dulli. Ja, wir lassen Brechwasserbucht noch weiter looten. Ja. Ich nehme die Flagge ein. Ich nehme die Flagge ein. Und nur eine graue Tactical ist nicht so neu. Äh, graue Kampfschrotflinte. Aber ich glaube ich würde auch Kampfschrotflinte R spielen jetzt hier. Die ist geil. Ja. Ja, du kannst einfach... Auch so fürs Late Game, wenn du da dann auf, auf so Mitte Range die ganze Zeit so 70er-Pumps-Leuten reindrücken kannst. Ja. Schon geil. Warum farmst du Mets? Warum farmst du Mets? Mann, das weiß ich nicht, Chat. Was soll ich denn jetzt hier sonst machen? Ein bisschen tanzen. Dir meine Kronen-Wins zeigen. Schau mal. Zwei. Na? Was denn? Bist du ein bisschen glücklich jetzt auch, dass du in meinem Team bist und nicht im Gegner-Team, ne? Oh. Die nehm ich aber jetzt in meinem Team. Die nehm ich aber jetzt in meinem Team. Angst. Angst, Hedek. Ist noch ne Maven-Auto. Nee, schau's mal. Da. Komm, eine gute Runde noch, dann bin ich auch erstmal durch. Ich muss noch für die Jungs kochen. Ich hab auch wenig's Hunger. Ich bin heute dran mit kochen. Ah, da hab ich's besser. Ah, ist klasse für mich gekocht. Boah. Gönn ich dir. Oh, Kissen. Ja. Was gibt's für euch? Leckeres? Äh. Einfach Polonese-Nudeln. Oh ja. Top. Guck mal immer essen. Guck mal noch heiß. Bin immer, bin immer sehr hitzeempfindlich. Ah nicht. Noch ein bisschen waiten. Seht jetzt hier. Duftet schon. Erst den Win, dann das Essen. Richtig. Ja. Tätensetzung. Big Pod. Ich hab nur... Ich hab nur... Ah ne, nimm den nicht. Kannst den hier. Kannst die Dinger nehmen. Hm. Hm. Ey, ich raff nicht wo ich hier raus muss. Ich versteh das nicht. Und plötzlich geht's hier komplett weit runter. Ich raff das alles nicht. Okay. Ja. Lass mal langsam nen Gegner finden. Ähm. Töten. Du hast auch einfach drei Killstuhl gemacht. Souverän. Baller. Ich hab vor allem Ehrenjäger. Ehren? Oh, hast du? Ja. Geil. Ich hab zwei Schlüssel. Lass mal... Lass mal weiter in... In die Zone. Hier zu dem... Zu dem Ding. Geh mir was schönes... Was schönes coppen. Vielleicht ne goldene Tactical und ne Pistol. Da wäre ich sehr dankbar. Wenn ich dieses... Dieses bekommen könnte. Oh. Schüsse. Mich hab geschootet. Von da unten noch... Bot oder so. Ne, ist kein Bot aber... Spielt wie einer. Ja. Ich hör mal auf die anzuschießen. Ich kauf mir schnell die Sachen. Weil du dir da mal nen Schacht. Kommen die zu dir? Oh. Ich bin low as fuck. Ja, ja, ja. Das ist Ehrenjäger. Kommt. Lass treffen. Lass treffen. Ich weiß nicht wo du bist. Oben auf dem Berg. Oben auf dem Turm. Oben auf dem Turm treffen wir uns. Ganz oben. Warte ich muss den erstmal hallen. Nein. Du musst erst zu mir kommen. Ich hab ne Shield Bubble. Ah du bist... Ich rette dich man. Was ist das denn? Ne Shield Bubble. Macht mir Angst. Hier sind Leute... Hier sind Leute am Steppen. Komm hoch bitte. Ich komm da nicht durchs Loch man. Unn bei mir. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Hast du ihn? Geil. Ja ist geil. Nice hab ihn. Nice stabil. Sehr geil. Oha. Goldene. Nice. Wir haben guten Nut. Warte willst du lieber die Goldene? Was dann? Goldene Haywalk. Ähm. Ohja können wir machen wenn du magst. Dann tauschen wir die ja. Liegt hier unten. Nämlich die Pumpi. Okay. Guck's runter bei. Ich geh hier noch einmal. Muss ich heilen. Ich kann dir hier was kaufen wenn du magst. Äh. Guck mal runter. Wo liegt die blaue? Ja. Was möchtest du schönes kaufen? Ah. Ich nehm die Goldene. Die nehm ich gerne. Dann brauch ich irgendwie Heilung. Ja hier liegen Bandos. Das ist jetzt nicht die Yellow vom Deck. Ich baue nochmal ne Kiste ab. Ja hier sind Slurpees. Äh Splashies. Sag wenn du voll bist. Auf 75. Ja. Schmeißtss. Okay. Dann lass erstmal ein bisschen weiter und auf dem Weg einfach für dich nochmal ein bisschen mehr holen. Hier ist ein Huhn. Oh mein. Ist einfach gedodged. Ey. Ey. Das ist jetzt so gut für dich. Das ist Cracked. Ey das ist ein lilaner Dings. Ender. Ich öffne ihn. Oh wir hätten safe auch den goldenen bekommen können wir einfach nicht drauf geachtet. Mhm. Egal. Egal. Ich hab ne richtig gute SMG. So ne mystische irgendwie. Aber ich hab nichts auf Range leider. Mhm. Ich brauch immer noch Heilung. Blue Life brauche ich. Ja das nehm ich schon mal. Ja. Da ist gleich ein äh. Was ich für Metzfarm? Äh. Da kommen Goldäpfel wieder raus. Okay. Nudeln. Ich kann äh. Nicht jeden Tag Raps machen. Oh. Raps sind so geil. Wir haben so Falafel gemacht. Wir haben so. Yum. Wir haben so doll selber Falafel gemacht. Und haben dann hier so portugiesisches Brot. Wir haben so ein Sandwich Maker. So ein. Wie heißen die Dinger. So. So ein richtigen Sandwich Maker weißt du. So diesen Opti Grill type Beat. Alice hat so gute Raps gemacht. Ah du raffst das nicht. Du raffst das nicht. Nee. Nee. Komm her. Hol dir deinen Goldapfel ab. Du raffst diese Raps nicht. Hol dir den Goldapfel ab. Du hast Eren Jäger ne. Das heißt du kommst auf jeden Fall hinterher wenn ich jetzt wegmove. Ja. Gut. Ja. Ich push die dann nämlich. Soll ich den schon rein? Zwirbel mir den Juice? Ne hier ist noch ein Blau. Mach 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 mach. Nein mach schnell. Zwirbel den rein und push mir hinterher. Mach bitte einfach. Einer ist in dem Haus. Äh. Und einer ist in dem Haus. Okay ich komme. Einer ist minus 200. Einer knock. Eren Jäger low. One hit nice. Noch zwei. Oh nein. Noch ein Team. Oh. Noten Team. Ey. Das hätt ich. Das ist unlucky. Die hatten auch mystische Waffen. Ja. Hätt ich anders spielen wollen. Das war dämlich. Ja. Ist gut. Das war jetzt. Die haben wir auch gar nicht gesehen ne. Von wo kamen die. Keine Ahnung. Aber die haben halt auch dieses. Dieses Zeichen bekommen. Dass so jemand rebooted wurde. Mh. Na groß wie sonst was. Ey. Aber. Ich bin erstmal ruhig. Wir machen erstmal Erholung. Und dann äh. Zählen wir uns um. Dann haben wir uns treffen. 18.30 Uhr einfach. 18.30 Uhr. Aber ja. Okay. Dann. Bis später. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann! Erst.